So, bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, herzlich willkommen wieder, wir fangen direkt an mit dem nächsten Teil von der Sira. Nach Rücksprache müssten wir jetzt ungefähr da gekommen sein, wo wir auf die Abstammung des Propheten hin müssen, das heißt die Vorausbedingungen im Bereich der Sira sind denke ich von Bruder Ami Zedan schon besprochen worden und bei der Abstammung haben wir jetzt zwei Aspekte, die ich vorstellen möchte. Einmal, jetzt würden wir eigentlich die Präsentation gut gebrauchen können. Bitte, das wäre ganz reizend, wenn das gehen würde, bittchen. Also, ja, okay, das passt schon. So, also, begeben wir uns mal zur Tafel. Die Zeit vor der Geburt, jetzt haben wir verschiedene Bereiche, die man besprechen muss. Zum einen, bevor wir auf die verschiedenen Sira-Werke gehen und die Sicherheit der Überlieferung, so sagen wir ja, dass der Prophet Mohammed, Sallallahu alaihi wa sallam, letztlich zu dem Volk der Araber zählt. Gut? Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Betrachten wir erst einmal die Abstammung der Araber selbst, dann die spezielle Abstammung des Propheten, dann wissen wir etwas genauer Bescheid. Zum einen, alle Araber teilen sich grundsätzlich ein in Nord- und Süd-Araber. Man teilt sie ein in die Banu-Kinana. Heute machen wir ein bisschen Genealogie am Anfang. Das sind die Nord-Araber. Die Araber im Süden sind die Banu-Kais. So, das ist ein Wortspiel. Kinana ist der Köcher. Der Bogenschützer hat einen Köcher, in dem die Pfeile sind. Und Kais ist eine Nebenform von Kaus, der Bogen. Das ist ein Wortspiel. Die ursprünglichen Araber sind immer die Süd-Araber. Die Nord-Araber leiten sich genealogisch von den Süd-Arabern etwas ab. Darum sagte man in alter Zeit auch, die Süd-Araber sind die Ursprünglichen, die Arab. Und die Nord-Araber sind die Musta-Arabun. Al-Arab al-Musta-Arabun. Warum? Weil man genealogisch sagen kann, dass die meisten der nord-arabischen Stämme im Laufe der Zeit aus dem Süden, aus dem Jemel heraus aufgebrochen sind. Das ist jetzt einfach genealogisch gesehen. Die meisten Genealogen sagen, der Stammvater der Nord-Araber ist Adnan. Adnan. Darum nennt man die Nord-Araber manchmal auch Banu Adnan. Während die Süd-Araber nicht von diesem Stammvater abstammen, sondern von dem Stammvater Kahtan. Kahtan. Also nennt man sie manchmal auch Banu Kahtan. Diese Unterscheidung war wichtig während der ganzen Omayyaden und Abassiden-Zeit und ist spürbar bis ins 14. und 15. Jahrhundert. Eigentlich bis heute. Das hat aber mit der islamischen Geschichte zu tun, das machen wir im Moment noch nicht. Wichtig ist, diejenigen von den Arabern, die zu den Vorfahren unseres Propheten, s.a.w. zählen, sind von dem Banu Adnan. Während zum Beispiel die Bewohner von Madina von dem Banu Kahtan abstammen. Das aber nur am Rande. Das werden wir im Einzelnen noch besprechen. Überhaupt, Genealogie, Abstammung, Verwandtschaftsverhältnisse sind in der Sira sehr wichtig. Wir reden hier nicht über eine postmoderne Gesellschaft, wo wir eine Reihe von nicht verwandten Individuen haben. Fast alle der entscheidenden Personen in der mechanischen Zeit sind direkt miteinander verwandt. Fast alle, die in der späteren Sira eine Rolle spielen von den Sahaba, sind direkt oder mittelbar durch Verschwägerungen miteinander verknüpft. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Makka insgesamt nicht einmal 10.000 Einwohner hatte, ist das gerade mal wie ein kleines Stadtviertel hier. Innerhalb der Stadt Gießen. Nicht mehr. Diese Leute kennen sich alle. Und sie sind alle miteinander verwandt. Gut. Also, die Banu Adnan sind die Nordaraber. Wenn wir jetzt auf den Stammbaum des Propheten kommen, wird es aber ein bisschen komplizierter. Denn hier ist nicht nur der Anteil der Araber dabei. Beginnen wir einmal ganz allgemein. Auch wenn es in der Sira in der Form, wie wir sie hier vorliegen haben, also entweder in der Form von eben Ishaq oder von Martin Links oder einer anderen, so nicht ausdrücklich erwähnt wird. Der Kerngedanke liegt eigentlich auch bei den Propheten Ibrahim a.s. Von welchem Volk stammt Ibrahim eigentlich ab? Wissen Sie das? Ibrahim a.s. Der Prophet Ibrahim. Von welchem Volk stammt er? Kein Araber. Von dem Banu Kaldan. Von den Kaldanion. Das bedeutet, das ist eine Untergruppe der alten Babylonier. Deswegen wird ganz zu Recht im Koran noch auf den Gestirnskult hingewiesen. Denn alle Babylonier, Assyrer, also Aschurion und andere haben einen Sternenkult gehabt. Das passt also sowohl mit der biblischen als auch mit der koranischen Überlieferung eindeutig zusammen. Ibrahim a.s. ist also ein Kaldäer. Kein Araber. Wie ist die Abstammungslinie zum Propheten? Da haben wir die erste Frau als Nebenfrau, Hajar. Sie ist Ägypterin. Alt-Ägypterin. Nicht ein heutiger natürlich. Also das heißt, Hajar bekommt mit Ibrahim den Sohn Ismail. Man ist übereinstimmter Meinung, dass Ismail einer der Stammväter des Propheten ist. Ismail ist also von Vaterseite her Kaldäer. Und von Mutterseite her Ägypter. Alt-Ägypter. Das ist aber nur ein Teil der Abstammung. Wie heißt es dann weiter in der älteren Geschichte? Es heißt, bezüglich der Quelle Samsam und was damit zu tun hat. Nachdem die Quelle Samsam entstanden ist und Hajar mit Ismail bei der Quelle sitzt, kommen einige der Banu Djurhum. Und hier kommen die Araber ins Spiel. Und das vergessen die meisten. Bei der Quelle Samsam sammeln sich nämlich dann Vögel. Denn in diesem Tal bis heute gibt es keine andere Wasserquelle. Damals war das auch so. Wasser kam, Vögel kamen. Das sahen einige, die vorbeizogen. Diese stammten von dem Stamm Djurhum. Die Banu Djurhum sahen die Frau mit dem Kind bei der Quelle. Nach alt-arabischer Regel, die bis heute übrigens bei den Beduinen gilt, heißt es, wenn eine vorher nicht bekannte Wasserquelle eindeutig einer Person zugeordnet werden kann, weil sie daneben sitzt oder in ihrer Nähe ist und kein anderer Anspruch erhebt, zu Recht, ist diese Person Besitzerin der Quelle. Also fragten die Oberhäupte der Banu Djurhum, die dort waren, wir würden gerne hier unsere Winterweideplätze einrichten, wenn die Quelle hier auf Dauer bleibt. Haben wir deine Erlaubnis? Fragten sie Hajar. Sie sagte, ich erlaube es. Also errichteten sie ihre Hütten, wie das die Beduinen bis heute auch so noch machen. Und daraufhin, als Ismail älter wurde, hat Ismail eine Frau von dem Banu Djurhum geheiratet. Hier ist die Verbindung zur arabischen Linie. Wenn also in den Ziererüberlieferungen heißt, der Prophet ist der Sohn von von von, der Sohn von Ismail, müssen wir dazu aber sagen, hier an diesem Punkt verlassen wir die arabische Linie und gehen über Ismail eine andere. Das heißt, Ismail heiratet eine Frau der Banu Djurhum. An diesen Punkten sind die Nachkommen mütterlicherseits arabisch, väterlicherseits von Ismail, Kaldeisch, wenn wir es ernsthaft betrachten. Hier ist die Verbindung zu Ibrahim. Weil das immer wieder gesagt wird, lege ich Wert darauf, dass man den Stammbaum richtig einordnet. Hier ist der Prophet mit dem Prophetenstammbaum verknüpft und hier an dieser Stelle kommen wir halt in die arabischen Stämme. Wobei sie bei den Zierer Versionen sehr viel mehr Stammväter vorfinden werden als Adnan. Aber das ist ein Problem. Aisha Radilu Anha hat genau wie Abu Bakr eine sehr gute, eine sehr gute Kenntnis in der arabischen Genealogie. Abu Bakr As-Siddiq Radilu Anhu war bekannt dafür, dass er die Genealogie der Araber ganz genau kannte. Wird in der Zierer übrigens auch gesagt. Er hat seiner Tochter sehr viel beigebracht und Aisha, die Tochter Abu Bakrs, sagte, die Nordarber stammen von Adnan. Das heißt, die Nordarber stammen von Adnan ab. Und was vor Adnan liegt, ist nicht genau bekannt. Sie werden aber in der Zierer durchaus noch weitere Generationsketten finden. Das sind zum Teil konstruierte Generationsketten. Also da dürfen Sie sich nicht von verwirren lassen. Was für uns wichtig ist, wir können nachvollziehen, Ismail, eine Frau von dem Manajurum und Dana. Da sind wir bereits in dem Zeitrahmen nach Adnan. Das ist überhaupt kein Problem. Schauen wir an dieser Stelle einmal die Zierer an. Ich beziehe mich zum Beispiel auch hier. Wir sind noch immer vor der Geburt des Propheten. Wenn man sich in dieser Version von eben Ishaq, ich weiß nicht, wie es bei Martin links ist, darauf bezieht. Eigentlich so ziemlich das allererste, was gesagt wird, der Stammbaum Mohammeds von Adam. Wichtig ist, da haben wir zum Beispiel die Nennung Adnan, dann kommt Ma'at, dann kommt Nizar und Mudar. Das sind bekannte Stammesnamen. Das heißt, hier kommen wir zu verschiedenen Stammesnamen und nach mehreren Abzweigungen kommen wir dann auf den Namen Führ. Das ist wichtig, denn der Name Führ ist ein Nebenname zu Quraysh. In alter Zeit nannte man die Quraysh Führ. Quraysh wurden sie später genannt. Ursprünglich ist ihr Name Führ. Danach kommen die ganzen anderen Stämme. Für uns ist wichtig, die wichtigsten Untergruppen, die mit der Sira unseres Propheten zu tun haben. Das ist einmal der Stammvater Abdel Muttalib. Abdel Muttalib, dann kommt, meine ich, es kommt Hashim Abdel Muttalib. Ich will mich jetzt nicht vertue. Moment, ich glaube, umgekehrt. Moment. Nicht, dass ich mich jetzt vertue. Da bin ich jetzt immer ein bisschen unsicher. Moment. Abdel Muttalib. Ja, genau. Erst Hashim, dann ja genau, so ist es. Erst Hashim. Es gibt noch einige Glieder dazwischen, aber die lasse ich weg. Das ist jetzt wirklich nicht wichtig. Ich möchte sie nicht mit Namen vollziehen, sondern wichtig ist Hashim. Der Begriff Hashim ist bis heute wichtig, denn es gibt auf der Welt keinen anderen Nachkommen der Banu Hashim mehr, nachvollziehbarerweise, als die Nachkommen von Fatima, der Tochter des Propheten, und Ali Muttalib. Kein anderer kann beanspruchen, von dem Banu Hashim abzustammen. Alle, die heute beanspruchen, aus dem Propheten-Stammbaum zu stammen, müssen von zwei Linien abstammen. Nämlich erstens der Hosseini-Linie, Hossein, Sohn des Ali und der Fatima, oder Hassan, Sohn des Ali und der Fatima. Diese beiden Großstämme, von denen es auch umfangreiche genealogische Listen gibt, die gut belegt sind, das sind die Nachkommen des Propheten, die bis heute auch auf der Welt existieren. Niemand, der nicht sich auf die Nachkommenlisten beziehen kann, wird als Nachkommen des Propheten akzeptiert. Sie könnten fragen, woher weiß man das denn? Weil es immer ein Politikum war, es bedeutete politischen Anspruch vom Propheten abzustammen, über Jahrhunderte hinweg, wurden die Nachkommen genauestens registriert. Genauestens. Seit der ersten Zeit wurden alle Nachkommen, die von Al-Hossein und Al-Hassan abstammten, in den Staatsregistern der Umayyaden und Abassiden festgehalten. Später in Bücher gefasst, die es auch heute noch durchaus erwerblich gibt. Und diese Werke sind Standardwerke. Jemand, der in diese genealogische Muster nicht reinpasst, hat keinen echten Stammbaum. Das ist ganz klipp und klar. Das heißt, es gibt seit ungefähr 1350 Jahren einen lückenlosen Stammbaum und der ist nachvollziehbar. Man weiß den oder man weiß ihn nicht. Gut, nach Hashem kommt Abdel Muttalib, der Großvater des Propheten. Danach kommt der Vater, das ist Abdullah oder Abdullah. Und dann kommt der Prophet selbst, Mohammed s.a.w. So, das ist jetzt die grundsätzliche Anordnung. Was man sich merken muss vom Stammbaum, ganz klar, der Vater ist Abdullah, der Großvater Abdel Muttalib. Er kommt von Hashem. Das ist die Unterstammesgruppe. Das ist wichtig. Die gehören zu den Quraysh. Die Quraysh stammen letztlich von den Nordarabern ab. Und zwar über die Jurhum kommt die Verbindungslinie. Das reicht. Wenn man das weiß, weiß man über die Genealogie des Propheten genug für den Normalgebrauch. Wenn sie ein bisschen detaillierter sind, müssen sie natürlich mehr suchen. Aber das brauchen sie erstmal alles nicht. Es könnte aber hier und da wichtig werden, wenn sie fragen, wie ist z.B. Omar ibn al-Khatab verwandt? Warum gab es ein Problem mit verschiedenen Heiraten? Da spielt das durchaus eine Rolle. Die Handlungsweise der Sahaba ohne ihre Abstammung ist nicht nachvollziehbar. Wir müssen das real mit einbeziehen. Aber dazu kommen wir später. So, das ist dieses. Wenn man nun in der Sira nachschaut, hier gibt es einige Sachen, die ich nur kurz erwähne. Und zwar das Gelübde von Abdel Muttalib, wo nämlich gesagt wird, da gehe ich mal nur darauf ein. Einst gelobter Abdel Muttalib, der Großvater Mohammeds, wenn mir zehn Söhne geboren werden und aufwachsen, bis sie mich schützen können, werde ich einen von ihnen, Allah, bei der Kaaba opfern. Es erscheint ihm vielleicht seltsam, aber dieser Gedanke, einen Sohn zu opfern, ist in der semitischen Tradition nicht so unüblich. Das war nicht so unüblich. Das kommt häufig vor. Im Grunde ist dieser Gedanke dem Ibrahim ja auch nicht so fremd. Bei den Phäniziern pflegte man das auch zu machen. Das war also nicht so fremd. Uns erscheint es heute seltsam. Ja, also wir können uns das heute gar nicht so vorstellen, aber das war damals nicht so unüblich. Jedenfalls Abdel Muttalib hat das gelobt. Er bekommt also die Söhne und dann, als er die Söhne bekommt, stellt sich dann, als sie groß werden, wirklich die Frage, was er tut. Hierzu muss man sagen, es gibt hier einige Einrichtungen, die kulturell später noch wichtig werden, weil sie Vorwürfe an den Propheten werden. Ich werde sie im Laufe der Zeit vorstellen. Und dann heißt es dann letztendlich, dass er die Söhne versammelt. Sie schreiben einen Namen auf bestimmte Lospfeile und dann letztendlich ist es so, dass dieser Abdullah übrig bleibt. Dann anschließend ist die Frage, wie er seinen Sohn loslösen kann. Ich mache das mal ganz kurz. Es gibt eine Einrichtung, man nennt ihn den Kahin. In der altarabischen Zeit, und das ging bis in die Zeit des Propheten Mohammed, gab es eine ganze Reihe von, ich würde mal sagen, Stammespriestern, Stammesmagiern und so weiter. Die haben auch verschiedene Namen. Und im Koran werden sie als Vorwurf dem Propheten gegenüber auch durchaus erwähnt. Ein Begriff ist der Kahin. Was ist ein Kahin? Ein Kahin ist jemand, der Kontakt zu Geister- und Götterwelt aufnehmen soll, der aber nur für einen Stamm zuständig ist. Man sagt der Kahin, der Loai und der Kahin, der so und so. Aber die Kaaba hatte einen besonderen Kahin. Wir sagen, wie kann das sein? Wir sagen ursprünglich in der Zeit von Ismail, diente die Kaaba, dem Gottesdienst, an Allah, dem einen Gott. Dann aber vergaßen die Menschen das und brachten andere Götter hinzu. Später, in der Zeit nach Koraysh, sagt man, dass Loai, einer der Vorfahren des Propheten, als erster ein Götterbild aus dem Irak gebracht haben soll, wahrscheinlich ein Standbild des Hubal. Im Laufe der Zeit kamen immer mehr Götter hinzu und man hat einen Kahin dorthin gestellt. Der Kahin hatte mehrere Aufgaben. Er war der Hüter der Kaaba, aber er war auch der Hüter der Lospfeile. Damals war es üblich, dass bei allen wichtigen Gelegenheiten man Lospfeile nahm. Die Lospfeile brachte derjenige selber mit. Es waren drei oder sieben und auf diesen standen verschiedene Dinge. Der Kahin jedoch quasi als eine Art Gottesdienst warft die Pfeile. Abdullah, äh, Abdul Muttalib bringt nun also seine Lospfeile. Darauf steht angenommen, freigelassen, Blutgeld und so weiter. Und er reicht sie dem Kahin. Der Kahin wirft sie in den Sand, der vor dem Standbild des Gottes Hubal ausgebreitet ist. Und hier geht es darum, dass Abdullah, der Sohn, um den es dann geht, losgekauft werden soll. Abdul Muttalib, das ist ein Prinzip, was wir als Kafara kennen, möchte von seinem Eid sich entbinden. Er möchte nicht seinen Sohn Abdullah opfern. Hat es aber ursprünglich versprochen. Er muss nach damaliger Auffassung und indirekt kennen wir es im Islam als Kafara auch, wenn man einen Eid gemacht hat und den nicht erbringen kann oder sich davon freikaufen will, muss man etwas spenden, Arme versorgen und so weiter. Ist eine Kafara. Er muss das jetzt auch machen. Und es geht darum, dass jedes Mal er 100 Kamele bereitstellen muss. Nach manchen Überlieferungen 10, nach manchen 100. Das heißt, der Kahin wirft und es heißt abgelehnt oder es heißt Opferung. Und Abdul Muttalib sagt, jedes Mal ist er bereit, dass er Tiere opfert und zwar 10 respektive nach der Überlieferung 100 Kamele, wo das Opfer ungünstig ausgeht. Bis nach manchen Überlieferungen er 1000, nach manchen sogar noch mehr Kamele opfern muss. Bis endlich das Losfall sagt angenommen oder das Blutgeld ist angenommen. Das ist die Auffassung damals. Wichtig ist, der Vater des Propheten S.A.W. hätte eigentlich geopfert werden sollen, wurde aber nicht geopfert. Abdul Muttalib hat es nicht gemacht. Danach begibt sich Abdul Muttalib mit seinem Sohn auf die Suche nach einer Braut, weil er Nachkommen von Abdullah haben möchte. Und an dieser Stelle wird in der Sira erwähnt, dass eine Frau auftritt und es heißt, diese Frau hat ein Licht auf der Stirn des Abdullah erkannt. Und wir sagen heute, das war das Licht der Ankündigung des Propheten. Denn durch Abdullah sollte der Prophet Muhammad S.A.W. auf die Welt kommen. Darum diese Frau erkennt das und bietet sich Abdullah an und sagt, ich bin bereit, dass du mich zur Frau nimmst und ich verlange auch nichts dafür. Nur Abdullah sagt, ich kann das nicht machen. Mein Vater ist nicht einverstanden. Er ist auf der Suche nach einer anderen Frau, die ich heiraten soll. Dann nach einer Weile ist es so, dass Abdul Muttalib eine Ehe arrangiert hat. Das ging damals sehr schnell. Und innerhalb von weniger als einem Tag hatte Abdullah bereits mit dieser Frau, das war die Frau Amina, das ist die Mutter des Propheten, die spätere, hatte Abdullah der Amina bereits beigewohnt. Und damit war der Prophet Muhammad S.A.W. als Kind gezeugt. Dann begegnete Abdullah wieder dieser Frau und sagte, bleibst du noch bei deinem Versprechen? Nein, denn jetzt ist das, was ich auf deiner Stirn gesehen habe, weg. So heißt die Überlieferung. Interessant ist es, dass hier gesagt wird, auch die ganzen Umstände der Entstehung des Propheten sind wundersam. Eine weitere Berichterstattung aus der Zeit vor der Geburt des Propheten ist, dass Amina, als sie mit dem Propheten schwanger war, sah in mehreren Traumbildern die Schlösser von Basra und andere Dinge, auch dass ein Licht in ihren Schoß gegeben würde und derartiges und konnte sich diese Träume nicht richtig erklären. Darin stimmen die Gelehrten überein, dass diese Traumbilder also übereinstimmend da waren und dass hier eine besondere Geburt angekündigt wurde. Danach kommt die Geburt des Propheten und verschiedene andere Dinge, die ich gleich noch bespreche. Wichtig ist, dass sie bereits im Kopf haben, es ist eine ganz eigene Gesellschaft, die mit unseren heutigen Gesellschaften nichts zu tun hat. Wir reden hier nach christlicher Zeitrechnung über das Jahr, welches? Vorher. Rund 570. Wenn Sie sich das mal klar machen in Europa, in Europa wüten momentan die Wikinger, es gibt kein Christentum mehr, mühsam bemühen sich irische Mönche auf kleinen Nussschalen wieder in Frankreich Christen zu schaffen. Hier ist alles drunter und drüber. Die Leute leben mit Fällen bekleidet irgendwo. Also in Europa ist zu dem Zeitpunkt gar nichts. Das Frankenreich existiert nicht mehr und so weiter. Also es sind ganz konfuse Umstände. Gleichzeitig, zu dieser Zeit, ungefähr zu der Geburtzeit des Propheten, finden auch andere Dinge statt. Es finden seltsame Dinge statt im Persischen Reich. Der große Staudamm von Marib bricht hernieder. Das Großreich von Sabah und die südarabischen Königtümer zerbrechen in großen Scharen. Das heißt, es gibt große Umwälzungen in der Welt, die man damals kennt. Das alles sind Dinge, die die Geburt begleiten. Das ist auch nicht von ungefähr. Denn sehen Sie, der Prophet sagte, meine Geburt, ja sogar mein Auftreten und das des Propheten Aissa, Friede sein mit ihm, sind das erste wichtige Vorzeichen zum eigentlichen Anbrechen des jüngsten Tages. Also sind auch die Umwälzungen eine Vorspiegelung dessen, was am jüngsten Tag passiert. Weil die Geburt des Propheten so wichtig ist und sein Auftreten, geschehen auch Umwälzungen in seiner Welt damals. Das ist schon wichtig. Ich mache das mal ein bisschen zusammenfassend. Hier heißt es also, und das ist die bekannteste Überlieferung, dass der Prophet s.a.w. am 17. des Monats Rabia al-Awwal, des ersten Rabia, im Jahre des Elefanten geboren wurde. Ob das nun hundertprozentig stimmt, ist umstritten. Das Jahr des Elefanten, das kennen Sie. Das wird in der Sira nicht weiter ausgeführt, aber es ist wichtig. Das bezieht sich auf einen Herrscher aus Abyssinien namens Abraha. Dieser Herrscher Abraha war zum koptischen Christentum übergewechselt und beschloss, aus verschiedenen Gründen eine Strafexpedition gegen die Quraysh zu unternehmen. Denn damals, müssen Sie wissen, wie übrigens heute auch noch, gab es verschiedene Bestrebungen des Abassinischen Königreiches, sich auf die arabische Halbinsel auszubreiten. Das ist eine wechselseitige Beziehung immer gewesen, über Jahrhunderte. Und es zogen einige Kriegselefanten mit, vor allen Dingen einer, der besonders mächtig war. Jetzt hatte Abraha sich versammelt in dem Tal von Makkah und Abdel Muttalib war das Oberhaupt der Quraysh zu diesem Zeitpunkt. Und Abraha sagte, du übergibst uns jetzt die Kaaba, sonst zerstören wir sie. Und er sagte, ich tue das nicht. Er sagte, Abraha, was willst du jetzt verhindern? Und Abdel Muttalib sagte, die Kaaba hat ein Herrn, der wird für sie selbst sorgen. Das sind interessante Gedanken, die werden in der Überlieferung gesagt. Dann heißt es, zogen sich die Quraysh zurück, weil sie diesem Heer, was da kam, nicht standhalten konnte. Und danach kommt das Ereignis, was sie in Surah Tulfil lesen, wo es heißt, siehst du nicht die Gefährten des Elefanten? Und das sind die Leute der Armee von Abraha. Weil es heißt, dann hat Allah Engel geschickt, die haben Vögel beauftragt, die mit Steinen diese Armee so lange beworfen haben, bis jeder von ihnen gesteinigt war, ohne Ausnahme. Und auch der Elefant soll zugrunde gegangen sein, bevor er die Kaaba erreicht hatte. Dieses Beispiel wird in der Surah Tulfil, in den letzten 10 Suren des Korans, also in der 10. von hinten gerechnet, beschrieben. Das ist der historische Anlass. Weil dieses Jahr sich bei den Arabern eingeprägt hat, wurde es in der vorislamischen Geschichtsschreibung als das Jahr des Elefanten beschrieben. Man kannte damals keine Datierung, sondern man hat nach wichtigen Ereignissen die Zeit gemessen. Also sagte man, dieses Jahr ist das Jahr des Elefanten. Man sagte, der und der wurde geboren im Jahr des Elefanten oder 20 Jahre danach und so weiter. Diese Datierung behielt man bei, bis man die Hijra-Zeitrechnung hatte. Das ist das. Das bedeutet, hier in der Sira heißt, im Jahr des Elefanten. Das lässt sich ungefähr festlegen auf das Jahr plus minus 570. Es steht Rabiul Awwal. Kennen Sie die Mondmonate? Absolute Begeisterung. Also nehme ich mal an, nicht. Gut. Die schreibe ich mal ganz kurz an. Die sollten Sie wissen. Das spielt nämlich für die Sira auch eine Rolle. Jawohl. Ja, ja. Nur zur Info. Wir haben ja so etwas wie eine islamische Zeitrechnung, oder? Das ist nämlich genau das. Gut. Dann schreiben wir es doch mal an. Also, die zwölf Mondmonate sind... Ich meine, wir brauchen gar nicht über Mondbeobachtungen und sowas zu sprechen, wenn wir die Monatsnamen nicht mehr kennen. Also. So. Zwölf Monate. Also, Nummer eins. Was haben wir denn da? Was bieten Sie mir denn an? Bitte schön. Also. Al-Muharram. Manchmal heißt es auch nur Muharram. Dieser Monat hieß ursprünglich darum so, weil in ihm jede Kriegshandlung verboten war. Dann kommt der Monat Safar. Mit Sort. Safar. Der hieß ursprünglich so, weil in der Zeit, als noch kein reines Mondjahr war, in diesem Monat das erste Gelb der aufsprießenden Pflanzen sichtbar wurde. Dann kommt Rabia al-Awwal. Man macht es manchmal auch mit einer Zahl. Rabia al-Awwal. Der erste Rabia. Das sind Frühlingsmonate. Rabia ist Frühling. Der erste Frühling. Dann kommt der zweite. Rabia al-Thani. Dann kommt Jumada. Jumada. Jumada al-Ula. Der erste Jumada. Jumada kommt von Jamat. Die Erde wird langsam heiß und fest. Und dann Jumada al-Akhirah. Ich gebe Ihnen noch eine Liste, wo das deutlicher geschrieben ist. Ich mache das nochmal jetzt ganz allgemein. Jumada zwei. Und dann kommen drei Monate, die gehören zusammen. Die erste Jahreshälfte haben wir jetzt weg. Jetzt kommt die zweite Jahreshälfte. Da haben wir die Monatsnamen, die kennen Sie bestimmt. Rajab. Rajab, Shaaban. Rajab ist der Monat, wo man zum ersten Mal aufbricht und die alten Weideplätze zurücklässt. Shaaban, wo die Völker sich versammeln von Shaab. Und dann kommt Ramadan. Ramadan. Die meisten Gelehrten sagen, Ramadan kommt von großer Hitze. Weil es in alter Zeit ein Monat war, der eine sehr große Hitze aufwies. Und dann kommt der Monat nach Ramadan ist? Brav. Shaab. Und dann kommt noch, vielleicht weiß das jemand? Oh, Zulkaada. Hervorragend. Und dann kommt noch? Zulhijjah. Genau. Jetzt haben wir es doch geschafft. Ja. So. Also. Wenn es heißt, im Monat Rabiul Awwal, können Sie das ungefähr einordnen. Wohlgemerkt, in alter Zeit pflegten die Araber kein reines Mondjahr zu haben, sondern sie hatten ein Jahr, was gemischt war. Ein Mond-Sonnenjahr. Das sah so aus, dass sie sich nach dem Mond gerichtet haben. Aber wenn der Unterschied zum Sonnenjahr mehr war, als ungefähr ein halber oder ein ganzer Monat, je nachdem, fügte man einen 13. Monat ein. Den nannte man An-Nashe, den Zuwachsmonat. Diese Praxis wurde im Koran verboten, aber erst in der Zeit von Madina. Darum heißt es an der entsprechenden Aya, die Monate sind bei Allah 12 an der Zahl. Uns erscheint das heute komisch, aber damit meinte man, fügt keinen Schaltmonat mehr zu. Dadurch wurde das Mondjahr ein reines Mondjahr und kein Sonnenmondjahr. Dadurch verliefen bis heute die Monate durch alle Jahreszeiten hindurch, was ursprünglich nicht war. Die Namen sind eine Erinnerung an die Zeit, als sie an Jahreszeiten geknüpft waren. Heute sind sie das hier nicht mehr. Dann heißt es, dass zum Beispiel der Prophet, was damals üblich war, eine Amme, die gegeben wurde. Halima heißt sie. Die Amme Halima. Jetzt folgen einige Beschreibungen, die über die wundersame Art des Gesandten sich auslassen. Das heißt, es wird gesagt, der Prophet Mohammed hatte bereits, bevor er Prophet war, Zeichen einer besonderen Zukunft. Und das ist wichtig. Bei allen Zeichen, die die Propheten haben, von Anfang an, werden sie feststellen, wenn sie es mal genau nachvollziehen, dass der Schöpfer, das Allah wollte, dass man erkannte, hier waren besondere Personen. Allah hat die Propheten, das ist bekannt, vor bestimmten Dingen geschützt und hat ihnen bestimmte Dinge gegeben. Das gilt für alle Propheten. Was Allah den Propheten gegeben hat als Schutz, ist, kein Prophet hat jemals gelogen. Niemals. Das ist eine der Sünden, vor denen die Propheten absolut geschützt sind. Wir sagen heute in allgemeiner Form, dass die Propheten ma'asum sind. Sie sind bewahrt vor jeder Art von wirklicher Sünde. Wie würden Sie eine Sünde beschreiben? Nicht ganz. Es gehört noch was dazu. Absichtlich und? Es gehört noch was dazu. Ja, und es gehört noch was dazu. Nein. Sehen Sie, der Unterschied ist, wir sagen, Propheten können auch Fehler machen. Das ja, aber keine Sünde. Warum? Wenn sie etwas tun, wenn zum Beispiel der Prophet etwas tut und Allah, an drei Stellen im Koran ist das der Fall, tadelt den Propheten. Warum hast du das gemacht? Zum Beispiel, wo Allah den Propheten tadelt bezüglich Al-Ama, Ibn Ummaktoum. Da wird der Prophet getadelt. Es wird gesagt, warum wendest du dich den Oberhalbland der Koresh zu? Jetzt frei. Wieder gegeben. Und hast dich von dem blinden Mann, der extra zu dir gekommen ist, abgewandt. Der Prophet kann zwar Fehler machen, aber keine Sünde. Was ist der Unterschied? Eine Handlung, die nicht korrekt ist oder die fehlerhaft ist, tut also dieser Mensch, ohne dass er sich dessen bewusst ist, dass sie schlecht ist. Sobald er aber einmal weiß, dass die Handlung schlecht ist, tut er sie nie wieder. Erst jetzt spricht man von einer Sünde. Es heißt auch zu Recht, wie kann ich einem Menschen vorwerfen, eine Sünde getan zu haben, wenn er sich gar nicht bewusst war oder sein konnte, dass sie falsch war, die Handlung. Kann ich nicht. Unwissenheit in islamischer Auffassung schützt vor dem Sündenbegriff. Es heißt, er tut einen Fehler, aber wenn er nach bestem Wissen und Gewissen das nicht anders tun konnte, ist es zwar ein Fehler, aber keine Sünde. Sünde ist aber, wenn ich genau weiß, es ist verboten und tue es trotzdem. Ich bin darauf hingewiesen worden, ich weiß es genau, ich habe es genau erkannt, trotzdem kehre ich dazu zurück. Darum heißt es im Koran bezüglich des Überschreitens der Regeln, zum Beispiel, verwehrt ist euch dies und das, zum Beispiel auch das Schweinefleisch und ähnliches. Und dann heißt es, wer aber nicht isst, Adin oder Barin. Das heißt, wer weder freiwillig nochmal dahin zurückkehrt, Stichwort, er weiß jetzt, dass es verboten ist, aber er will es nicht nochmal machen. Oder Barin, einer, der das wünscht. Das heißt, der Wunsch im Herzen, ich möchte diese Handlung tun, obwohl ich weiß, dass sie falsch ist, ist sündhaft. Ich weiß, es ist mir verboten, zum Beispiel dieses und jenes zu begehren von meinem Nachbarn. Zum Beispiel, mein Nachbarn hat ein schönes Auto. Ich begehre dieses Auto. Ich wünschte, ich könnte es ihm wegnehmen. Diesen Wunsch habe ich im Herzen. Das ist eine Sünde. Ich weiß, ich darf es nicht. Ich weiß, das ist sein Besitz. Und wenn ich schlau wäre, wüsste ich, dass Allah mir gibt und mir nimmt und das unabhängig ist von dem Auto des Nachbarn. Aber ich bin dumm. Ich sage, dieses Auto, ich will es haben. Ich begehre es. Ich will es haben. Ich wünschte, ich könnte es ihm wegnehmen. Das ist der Grund von Neid. Neid ist die erste Stufe von Dummheit und von Bösartigkeit. Denn der Neider, wenn er schlau wäre, wüsste, dass Allah seine Gnade gibt und nimmt, wie er will. Und dass ich heute etwas genommen bekomme und morgen etwas gegeben bekomme. Meinem Nachbarn etwas zu neiden, heißt, nicht verstanden zu haben, wie die Schöpfung funktioniert. Aber leider ist das bei den meisten Menschen so. Das heißt zum Beispiel. Ich sehe, jemand hat ein schönes Kleid. Mensch, sieht der gut aus. Ich wünschte, ich hätte das auch. Mann, warum kann ich das nicht haben? Ach, ich wünschte, ich könnte es ihm zerreißen auf der Brust. Ich will es haben. Ja, das ist so dieser Neid, der zerfrisst, der richtig arbeitet. Ich muss sagen, viele Muslime sind Meister drin. Also jedenfalls diese Art von Fehler. Man weiß, man darf es nicht, aber man strebt doch dahin. Das haben Propheten niemals. Propheten, wenn sie erkannt haben, dass etwas falsch ist, haben keinen Wunsch danach und kehren nicht dahin zurück. Daher sagt man, ein Prophet kann bestimmte Fehler machen, wohlgemerkt auch nicht alle, aber er kehrt niemals dahin zurück. Das ist das, was wir als den Aspekt des Fehlers betrachten. Was meinen wir mit Maasum? Das ist bei Akida wichtig übrigens. Haben Sie den Begriff Maasum bei den Propheten behandelt? Noch nicht. Das ist der Begriff des Maasum. Maasum bedeutet vollständig abgeschirmt. Ein Prophet ist von bestimmten Sünden, vor allen Dingen die entehrend sind oder die mit Unehrlichkeit zu tun haben, vollständig abgeschirmt. Wir können das aus verschiedener Hinsicht belegen. Erstens der Überlieferung nach. Naqlan sagt wir. Im Koran wird gesagt, dass Allah die Propheten ausgewählt hat unter den allerbesten Menschen ihrer Völker. Das heißt, stellen Sie sich die allerbesten eines Volkes vor, wirklich die absolut besten und von denen wählt der Schöpfer wiederum den besten aus. Diese Leute stehlen nicht und lügen nicht. Das liegt ihnen fern. Und so heißt es, dass Allah die Propheten, auch unseren Propheten Muhammad SAW, bewahrt hat vor verschiedenen Sünden und wir sagen, auch rückwirkend, wir werden es niemals akzeptieren, wenn jemand sagt, ein Prophet hat eine solche Sünde begangen. Dazu zählt zum Beispiel Ehebruch, Sinah. Dazu zählt Diebstahl, Sadiqah. Dazu zählt Lüge, Kasib. Dazu zählt Verleumdung. Dazu zählt auch zum Beispiel falsches Zeugnis abgeben. Shahada Tuzur. Dazu zählt auch Unrecht ausüben. Wulm. Diese Dinge hat niemals ein Prophet getan. Und wer immer behauptet, dass das ein Prophet getan hätte, zudem sagen wir, du lügst. Das ist für uns wichtig. Das ist von den Akraite her wichtig. Wenn Sie einmal in eine Diskussion geraten, lassen Sie sich darauf niemals ein. Sie können sagen, ihr könnt behaupten, was ihr wollt, aber ich sage, kein Prophet hat jemals so etwas getan. Punkt. Und das ist ein absoluter Minimalpunkt. Da gibt es überhaupt kein Wenn und kein Aber. Das gilt nicht nur für unseren Propheten, sondern auch für andere. Wer das behauptet, egal von welchen Propheten, von früherer Zeit, wir sagen, das kann nicht sein. Das ist das Prinzip von Maasum. Das ist wichtig. Das gehört zur Akhida dazu. Wenn wir sagen, die wichtigsten Imanartikel, heißt es ja auch zum Beispiel der Iman ber-Rusul und der Propheten Ambiya. Und wir sagen, kein Rasul und kein Nabi hat jemals diese Dinge gemacht. Das sind also zwei Dinge. Der Maasum-Aspekt bezieht sich auf die schändlichen und wirklich großen Sünden. Wir sagen aber, einen Fehler kann ein Prophet machen. Warum sagen wir das? Weil wir sagen, hier liegt der menschliche Aspekt. Sonst wäre der Prophet nämlich unfehlbar. Aber jemand, der unfehlbar ist, kann nicht ein absolutes Vorbild sein. Wissen Sie, warum nicht? Dann sagt nämlich der Mensch, das ist nie erreichbar für mich. Wenn man aber sagt, das ist zwar vielleicht nicht wirklich erreichbar, weil der Prophet schon etwas Eigenes ist, aber es ist etwas, was dem Erreichbaren nahe kommt. So wird es ein nachlebbares Beispiel. Und die Propheten sollen ja ein Beispiel geben. Die Propheten von ihrer Geburt an sind ein Beispiel für uns. Der Prophet, salallahu alaihi wa sallam, sagte, in meiner Überlieferungskette gibt es keine Hurerei und keinen Ehebruch. Das heißt, keiner meiner Vorfahren wurde jemals durch außerehelichen oder unehelichen Geschlechtsverkehr gezeugt. Es besteht kein Makel in dieser Hinsicht auf meiner Generation, meiner Generationslinie. Und er sagt, ich stamme von den Vornehmsten der Araber ab. Und ich stamme, deswegen sagt man, Sayyid Saadat al-Arab, der Herr unter den Herren der Araber. Das ist dieser Hintergedanke. Und er stammt von der Prophetenlinie ab. Und daher können Sie jetzt nachvollziehen, wenn Allah, salallahu alaihi wa sallam, sagt, min al-Mustafa'in al-Akhyaar. Wir haben die Propheten gewählt. Von wo? Min al-Mustafa'in al-Akhyaar. Al-Mustafa, auch ein Beiname unseres Propheten Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, bedeutet der Gereinigte. Und Achyaar kommt von Khair. Diejenigen, die die Besten sind. Das ist der Hintergrund. Ich sage das bewusst, weil viele Muslime entweder dahin gehen, aus dem Propheten einen Wundermann zu machen, was so nicht ganz stimmt. Oder, dass sie ihn nicht richtig einschätzen bezüglich seiner Stellung. Wenn wir auf Halima noch ganz kurz zurückkommen, da gibt es mehrere Wunderdinge. Ich will sagen, es war damals üblich, übrigens in Europa auch lange Zeit, bis vor ungefähr 200 Jahren völlig üblich, dass eine vornehme Familie ihre leiblichen Kinder Pflegeeltern gegeben hat. Dahinter stecken mehrere Aspekte. einmal der Aspekt, fast kein Elternteil kann sich davon freisprechen, ich bin selbst Vater, ich weiß das, kann sich davon freisprechen, dass es die Kinder sachlich erzieht. In alter Zeit hat man gesagt, wir betrachten es so, dass Fremde, wenn sie anständig sind, in einem bestimmten Bereich gut unser Kind erziehen können. Und zwar bis zu einem bestimmten Alter. Man sagte im Alter von sieben Jahren nicht mehr. Das Kind blieb also direkt nach der Geburt noch bei der Mutter, aber so im Alter von einem Jahr ungefähr, ein, anderthalb Jahre, wo man nicht mehr fürchtete, dass das Kind bei jeder kleinen Krankheit sterben könnte, hat man das Kind dann einer Amme gegeben. Oder einem anderen, der das Kind aufgezogen hat. Das war bei den Quraysh allgemein üblich und man pflegte dazu, Ammen zu nehmen, die aus der Beduinenbevölkerung stammten. Denn die Umgebung von Makka ist nicht geeignet für Landwirtschaft, nur für Viehweide. Also, die Halima stammt von einer Stammesgruppe, die mit Ziegen, mit Schafen und mit Kamelen rings um das Gebiet von Makka herum zieht, ähnlich wie die Djurhum vor ihnen, und schauen, dass sie durch die Weideplätze ihre Tiere versorgt bekommen. Man pflegte übrigens bis weit in die Abassidenzeit, also bis zum zweiten Jahrhundert nach der Hijra, Jungen und Mädchen für ein bestimmtes Alter in die Wüste zu schicken, damit sie eine bessere Sprache lernen sollten und sich aus der als schlecht empfundenen Stadtumgebung herausflösen könnten. Auf gut Deutsch verschicken die Kinder aufs Land, damit sie was Vernünftiges lernen, so ungefähr. Das war lange Zeit üblich und der Prophet wird eben zu Halima gegeben. Aber es heißt, alle, Halima sagt selbst, alle hatten schon ihr Kind abbekommen, aber nur Mohammed blieb übrig. Und ich sage ehrlich, ich nahm ihn nur, weil kein anderer mehr da war. Warum eigentlich? Weil zu diesem Zeitpunkt der Vater des Propheten, der bereits verstorben war und Amina war arm. Es wird immer gesagt, der Prophet stammt aus einer Vornehmfamilie, aber er war, zumindest in seiner Jugendzeit, arm. Und eine Amme möchte Geld haben. Sie tut das ja gegen Geld. Sie erwartete sich also nicht viel. Waisenkinder waren in der damaligen Zeit mehrfach benachteiligt und vor allen Dingen so kleine Waisenkinder doppelt und dreifach. Wer wollte sie schon? Was konnte man davon erwarten? Nichts. Und darum hat der Islam so großen Wert darauf gelegt. Der Prophet sagte selber, dass es eine Rolle gespielt hat, dass er selbst ein Waisenkind war. Denn später, kurz darauf starb ja seine Mutter auch, er war ein Waisenkind, ist bei seinem Onkel, seinem Großvater aufgewachsen. Und darum sagt der Prophet auch ganz zu Recht, weil er um die Schwierigkeiten weiß, die ein Waisenkind erleben muss. Er sagte, der, der ein Waisenkind versorgt und aufzieht, wird somit mir im Paradies sein. Und das heißt, er nahm in der Überlieferung seinen Zeigefinger und seinen Mittelfinger und umschloss sie mit seiner anderen Hand. Wegen dieser besonderen Rolle, weil Waisenkinder zu denen gehören, die am meisten unterdrückt werden in ungerechten Gesellschaften. Sie haben keinen Beschützer und sie haben nichts, was für die anderen von Interesse ist. Sie kommen am schnellsten unter die Hufe, wie man so sagt. Also Halima sagt, ich nahm diesen Jungen nur, weil ich gerade musste. Es war kein anderer mehr da. Alle hatten schon ihren Jungen abbekommen und ich hatte gerade ein Kind, wo ich stillte. Ja, dann habe ich ihn genommen. Und dann heißt es, dann gab es verschiedene Wunderzeichen. Sofort kam mehr Milch, sodass ihr Sohn auch mehr trinken konnte und ruhig wurde, was vorher nicht der Fall war. Die Tiere, die auf die Weide geführt wurden, von ihr und ihrem Mann haben auf einmal mehr Weidegras gefunden, wurden fetter. Die anderen haben das nicht geschafft. Bis hin zu dem Punkt, wo sie den Jungen gar nicht mehr abgeben wollte, weil sie sagte, ich fürchte, dass die Baraka, diese aktive Segenskraft weggeht, wenn ich ihn wieder weggebe. Als dann Amina ihren Sohn wiederhaben wollte, nach einiger Zeit, sagte sie, lass ihn bei mir. Ich fürchte nämlich, weil jetzt gerade die Pest ist in Makkah, es gab eine Krankheit, dass der Junge geschädigt werden könnte. Da ließ Amina den Jungen bei ihr, aber Halima sagt ehrlich, ich wollte ihn nicht darum zurückgeben, sondern weil ich ihn nicht weghaben wollte. Also man ist in der Überlieferung immer sehr offen und ehrlich. Also da finden sie keine Heuchelei. Da heißt es ja, ich mochte den nicht und ich wollte ihn haben und dies und das. Das wird ganz offen ausgedrückt. Es ist auch ein Zeichen der Echtheit der Überlieferung, denn sehen sie, spätere Zeiten haben das Ganze idealisiert. Wenn sie solche Aussagen sehen, ich wollte ihn eigentlich nicht nehmen, sagt sie vom späteren Propheten, dann ist es wirklich ungeschminkt. Das ist Originalton. Das zeugt eigentlich für die Echtheit der Überlieferung. Gut, das ist das. Jetzt vielleicht ein bisschen weiter. Das haben wir schon, seine Kindheit. Zur Kindheit des Propheten ist nicht sehr viel bekannt. Die Überlieferungen der Sira sind unterschiedlich stark. Es gibt eigentlich nur zwei, drei Ereignisse, die überhaupt berichtet werden. Einmal sagt der Prophet selber, quasi in der Rückschau, als ich Kind war, habe ich Schafe und Ziegen gehütet. Und ich sage euch, es hat keinen Propheten vor mir gegeben, der nicht auch zu einer bestimmten Zeit Schafe und Ziegen gehütet hat. Es gibt eine berühmte Überlieferung. Aber das wird in der Sira nicht erwähnt, das haben sie in Hadithsammlungen anderweitig. Das sagt nicht sehr viel. Das zweite, die Überlieferung, die hier auch genannt wird, in der Sira von eben Ishaq, wonach einmal zwei Engel gekommen sind und den jungen Mohammed, also mit sieben Jahren, wahrscheinlich sieben, acht Jahren, zu Boden warfen, ihm die Brust öffneten und etwas Dunkles herausholten. In der Überlieferung heißt es, sie suchten nach seinem Herz und fanden da etwas Dunkles und warfen es fort. So, als ob man sagen würde, das Herz ist gereinigt. Dann heißt es, wollten sie ihn aufwiegen, nachdem sie das Innere gewaschen hatten, mit etwas, was man nicht mehr beschreiben kann. Und dann sagten sie, wiege ihn gegen hundert aus seinem Volk auf. Und dann heißt es, du schaffst es nicht. Und dann sagte der zweite wieder, wiege ihn gegen tausend aus seinem Volk auf und sie versuchen es. Und dann sagt der andere, lass es und selbst wenn du tausend und mehr nehmen würdest, sie wiegen ihn nicht auf. Und wenn du sein ganzes Volk nimmst, auch nicht. Dann heißt es, ein Junge hätte das gesehen. Heißt es in einer Überlieferung. Und hätte das also von Furcht erfüllt, der Halima berichtet. Wie auch immer ist das der erste Bericht, wo es heißt, es wird deutlich, dass hier etwas Wundersames passiert und zwar etwas Wundersames, was auch erschreckend ist. Und hier wird das zum ersten Mal auch Amina berichtet. Die berichtet dann wiederum von dem, was sie während ihrer Geburt gesehen hat. Bald aber darauf stirbt Amina und man vergisst das wieder. Dann kommt der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, zu seinem Onkel. Er kann nicht sehr alt gewesen sein. Die genaue Jahreszahlen werden sie kaum finden. Sie können sagen plus minus 10 bis 12. Das heißt, er ist zu seinem Großvater, dann zu seinem Onkel. Der Großvater, Abdul Talib, stirbt auch kurz darauf. Danach kommt er zu seinem Onkel, Abu Talib. Abu Talib, obwohl er nachweislich nicht Muslim wird, ist einer der Menschen, die den Propheten am meisten beschützen und unterstützen werden. Er ist sein Onkel väterlicherseits, einer der Onkel väterlicherseits. Und sie finden in der Propheten-Sira interessanterweise unter den direkten Onkeln und Neffen des Propheten väterlicherseits so viele, die alle Spektren beinhalten. Sie haben Leute wie zum Beispiel Abu Jahl, die größten Gegner des Propheten, und sie haben Leute wie zum Beispiel Abbas, der sogar noch in der Zeit kurz vor der Hijra auftritt und damals noch Mushrik ist und für seinen Neffen spricht und sagt, ich fürchte, dass ihr ihm, ihr Leute von Madina, etwas Ungünstiges antun könntet, wenn ich ihn euch mitgebe. Also es gibt alle Spektren. Das ist nicht schwarz-weiß. Und auf jeden Fall die Sache ist so, dass wir von der Kindheit nicht viel wissen. Wir wissen nur, es soll so sein, dass der Prophet mit einigen anderen Jugendlichen in Makka einen Bund gegründet hat. Man nennt das Al-Fudul, also die Vorzüglichen. Er will sagen, dass er sich mit anderen Jugendlichen, die zu ihm passten, zusammentat und sagte, lasst uns etwas Gutes tun. Also zum Beispiel Armen helfen oder Leute unterstützen, die es schwierig haben und ähnliches. Man nannte das dann den Bund der Vorzüglichen, Al-Fudul. Das wird überliefert, aber mehr als das gibt es eigentlich dazu nicht. Danach kommt dann eigentlich schon die Jugendzeit, wo der Prophet mitzieht. Das bedeutet, ungefähr in dem Alter so irgendwo zwischen 12 und 15 muss er das erste Mal mit einer Karawane der Quraysh mitgezogen sein. Das ist dann der Bericht von Bahira. Das bedeutet, es heißt, die Quraysh hatten die Winter- und die Sommerkarawane. Das erwähne ich mal hier. Da müssten wir später auch ein paar Karten noch dazu nehmen. Ich mache es jetzt mal ganz grob. Hier haben Sie also Gaza und hier haben Sie die arabische Halbinsel. So. Persischen Golf und dann haben Sie hier das Horn von Afrika und Somalia und dann haben Sie hier die syrische Region, ganz allgemein. Hier haben Sie Makka und man pflegte damals es so zu machen, dass man im Sommer loszog von Makka an die Küste. Der Küste folgte, bis man nach Gaza kam. Dort ist man der Küste eine Weile gefolgt, bis man einen alten Handelsweg nach Damaskus nahm. In Damaskus hat man dann Trockenwaren, Trockenfrüchte aufgenommen, Stoffe gekauft, vor allen Dingen Seide und andere Sachen und ist dann wieder zurückgekehrt. Schmuck auch, solche Sachen. Denn Makka, wie gesagt, hatte er keine Nahrungsquelle außer Fleisch, Fett und Milch. Aber das reicht nicht zur gesunden Ernährung. Damals auch nicht. Wovon sollte man sich in Makka ernähren? Durch Handel. Und der Handel fing halt so an. Man hat einige Ware mitgenommen, die nützlich waren und hat sie eingetauscht. Und hier der Winterzug, die Winterkarawane, geht bis in die Berge nach Jemen, nach Sanaa. In Sanaa hat man andere Sachen gekauft, Wollmäntel, vor allen Dingen den Murd, das ist ein besonderer Wollmantel, den man damals sehr geschätzt hat, für die Winterzeit, wo es sehr kalt werden kann. Und man hat Waffen gekauft, Eisen, Stahl und Gebrauchsgegenstände dieser Art. Das wird im Koran erwähnt, in der Surat Quraysh. Wissen Sie die? Le'ilafi Qurayshin. Wegen der Vorliebe der Quraysh. Le'ilafihim rechlatas shita iwasaif. Für die Vorliebe des Handelszuges, Rehla, im Winter und im Sommer. So beginnt das. Denn das war eine Sache, die elementar war für die Quraysh. Hier begleitet der Prophet s.a.w. zum ersten Mal seinen Onkel und andere auf der Reise. Und als sie vor Damaskus sind, irgendwo auf der Strecke, ganz genau wissen wir es nicht, kommt der Bericht von Bachira. Man sagt, das sei ein Mönch gewesen. Wir wissen nicht genau, von welcher Gruppe. Aber es heißt, dieser Mönch hatte öfters schon die Quraysh bewirtet, als sie bei ihrer Krawane dort waren, bei ihm vorbeigegangen sind. Und an dem Tag hätte er etwas Seltsames gesehen, und zwar eine Wolke, die jemanden von ihnen beschattet hätte, wo alle anderen keine hatten. Das ist diese berühmte Überlieferung. Und er vermutet etwas und lädt die Quraysh ein. Dann lassen die Quraysh aber den jungen Mohammed zurück, dass er auf die Kamele aufpasst. Und er, Bachira, ist nicht einverstanden und sagt, da muss jemand fehlen. Dann sagen die anderen, es fehlt keiner. Dann sagt er, ihr lügt. Da muss jemand fehlen. Denn ich sehe die Wolke noch da. Und so geht es weiter, bis sie letztlich diesen Knaben Mohammed bringen. Und alle merken, hier soll etwas Seltsames passieren. Und Bachira fragt diesen Jungen und er sagt, ich beschwöre dich bei Lad und Ozza, weil das zwei Gottheiten gewesen sind, die die Quraysh angebetet haben. Und Mohammed sagt, sprich mir nicht von den beiden. Ich hasse sie und habe mit ihnen nichts zu tun. Und auch das ist ein Punkt, wir sagen, niemals hat ein Prophet Götter angebetet. Das ist etwas, was in den Masum-Bereich kommt. Kein Prophet hat jemals Götter angebetet und Schirk begangen. Weder in der Zeit vor seinem Prophetentum, noch danach. Verständlicherweise. Dann sagt Bachira, dann beschwöre ich dich bei Gott, dass du mir einige Fragen beantwortest. Es wird in der Sira nicht genau gesagt, was Bachira den Propheten fragt. Aber in der Sira wird gesagt, er hatte in seiner Schrift einige Zeichen gefunden, die auf Mohammed hinwiesen und wollte sich vergewissern. Dann heißt es in der Briefung, er bat, dass er den Rücken des Jungen sehen könnte. Und dann heißt es nur, da fand er das Siegel des Prophetentums. Was das genau gewesen ist, weiß man nicht. Aber die meisten sagen, es muss ein körperliches Zeichen irgendeiner Art gewesen sein. Manche sagen ein Muttermal, manche sagen etwas anderes. Man weiß es nicht genau. Das ist nicht sicher überliefert. Aber es muss ein körperliches Zeichen gewesen sein, was Bachira erkannt hat. Dann sagt er den Quraysh, nehmt ihn mit und passt gut auf, denn es wird jemanden geben, der ihm Böses will. Und so endet diese Episode. Dann haben wir wiederum nicht viel aus dem Jugendleben des Propheten bis zu seiner Heirat mit Khadija bin Chowalit. Alles andere ist reine Sage. Dann kommt erst wieder etwas. Wir reden jetzt von dem Jahr zwölftes, dreizehntes Lebensjahr, maximal fünfzehntes. Jetzt kommen wir ungefähr zum Lebensjahr vierundzwanzig. Als der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, ungefähr in dem Lebensalter von plus minus 22 bis 24 ist, ganz genau können wir das nicht sagen, tritt diese Frau in sein Leben. Das ist Khadija. Khadija bin Chowalit. Hierzu muss man sagen, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, nach wie vor nicht wohlhabend war. Überhaupt nicht. Und dass er sein Geld irgendwie verdienen musste, damals war es üblich, dass man sich auch durch Karawanenzüge, also ein Gegenzug zur heutigen Geschäftsaktion, sein Geld verdient hat. Das tut der Prophet auch. Unter anderem für diese Frau Khadija bin Chowalit. Man sagt, Khadija bin Chowalit war eine der schönsten Frauen ihrer Zeit, obwohl sie zu dem damaligen Zeitpunkt schon weit über dem Alter war, was man als das Normalter zum Heiraten betrachtet hat. Wahrscheinlich nach heutiger Rechnung um die 30 Jahre. Damals war das etwas mehr als normal. Nur Khadija hatte einige Besonderheiten. Nämlich erstens, sie war von ihrer Abstammung hier eine der Vornehmerinnen der Quraysh. Zweitens, sie war durch eine vorherige Ehe, wo sie verwitwet war oder geschieden war, gibt es verschiedene Meinungen, war sie wohlhabend geworden und hatte ihre eigenen Handelsunternehmungen, die sie nicht selber begleitete, aber sie hatte Karawanenführer, die das für sie erledigt haben. Mohammed war einer von ihnen ursprünglich. Und Khadija hatte verschiedene Heiratsanträge bekommen, wollte aber keinen annehmen, weil nach damaliger Auffassung der Mann das Vermögen übernahm. Und sie wollte sich nicht jemandem ausliefern, der ihr nicht ebenbürtig war an Abstammung und von gutem Charakter war. Khadija gehört genealogisch gesehen eine Generationsstufe höher als der Prophet. Das haben sie übrigens bei Großfamilien häufig. Altersmäßig sind sie nicht so weit auseinander. Sie muss älter gewesen sein als der Prophet, aber nicht mehr als 5, 6 Jahre. Nur Khadija kommt generationsmäßig in die Generation vor dem Propheten. Also sie sind unterschiedlich, wie auf seiner Onkel-Tanten-Generation, aber nicht direkt verwandt. Und durch jemanden wird Khadija auf den Propheten aufmerksam und sie beschließt ihn zu erproben. Sie gibt ihm verschiedene größere Aufträge und er erledigt das mit Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, bis sie ihn lieb gewinnt und dann selber anbietet, ob er sie denn zur Ehe nehmen möchte. Das wird dann Abu Talib vorgetragen. Alle Beteiligten, alle Stammesgruppen sind damit einverstanden. Und so heiratet der Prophet, also Mohammed, Sohn des Abdullah, Khadija bint Khawailid. Das ist ein wichtiger Schritt. Zu diesem Zeitpunkt wird der Prophet wohlhabend. Zumindest nach damaligem Umstand, jemand, der der gut situierten Schicht zugehört. Der Abstammung halber war er so gut gestellt. Finanziell war er gut gestellt. In dieser Zeit werden seine Kinder geboren. Der Prophet, SAW, hat der Überlieferung nach zwei bis drei Söhne gehabt, die aber alle im Alter von höchstens einem Jahr verstorben sind, sowie vier Töchter. Nur die Töchter haben überlebt. Ein weiterer Sohn, Ibrahim von einer späteren Frau, lasse ich erstmal beiseite. Zu den Namen der Söhne gibt es Zweifel. Ein Sohn muss Qasim geheißen haben. Darum gibt es eine berühmte Überlieferung, die den Schmerz des Vaters ausdrückt, wenn er seinen Sohn verliert. Er sagte, keiner von euch soll sich Abu Qasim nennen. Obwohl man später diesen Namen sehr wohl verwendet hat. Aber das war ein persönlicher Wunsch. Also einer der Söhne muss Qasim geheißen haben. Der ist aber in ganz jungem Alter verstorben. Dann gibt es eine Überlieferung, dass es einen Sohn gegeben habe namens Tahir. Der ist aber auch früh verstorben. Manche sagen, dass Tahir auch Tayyib geheißen habe. Vielleicht waren es auch drei Söhne. Das wissen wir einfach nicht genau. Auf jeden Fall sind alle diese Söhne, ob es nun zwei oder drei waren, ganz früh verstorben. Bleiben also nur die Mädchen übrig. Weiß jemand die Töchter des Propheten? Also ihre Namen? Es gibt einmal den Namen Zainab, ja. Umkulsum, richtig. Weiter. Fatima, genau. Und weiter, noch ein Name? Roqayya, genau. So. Alle diese Kinder wurden vor der Entsendung des Propheten als Propheten geboren und wuchsen auf. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt, ungefähr zwischen seinem 25. und 26. Lebensjahr und seinem 40. Lebensjahr, war der Prophet Vater, wohl situiert, gut gestellt, hoch angesehen von jeher. Und das lag an verschiedenen Dingen, die sich wahrscheinlich davor, vielleicht auch danach ereignet haben. Ein Ereignis ist wichtig, das nenne ich hier, das ist der Wiederaufbau der Kaaba. Das ist wichtig. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, das wird in der Sira mehrfach erwähnt, beschlossen die Quraysh, die Kaaba neu aufzubauen. Ihr solltet dazu wissen, oder Sie sollten dazu wissen, die Kaaba war ursprünglich nach den Überlieferungen nicht sehr hoch gebaut. Nur ungefähr brusthoch, etwas mehr als brusthoch. Und die Kaaba, sah anders aus als heute. Wohlgemerkt, das ist noch vor der Entsendung als Prophet. Wenn Sie die Grundmauern nehmen, dann haben Sie ja die quadratischen Grundmauern und Sie haben diesen Halbkreis. Wenn Sie sich auskennen, hier ist die Ecke des schwarzen Steins, wenn Sie sich auskennen, werden Sie wissen, dass auch dieser Halbkreis hier zur Kaaba dazu zählt. Warum? Ursprünglich sah die Kaaba ungefähr, soweit wir das wissen, so aus. Es gab hier einen Durchgang, dann kam hier das Halbrund und wahrscheinlich hier noch eine Zwischentür. So sah das aus und es hatte kein Dach. Ungefähr 1,50 Meter bis 1,60 Meter hoch. So wird es überliefert. Dann beschlossen die Quraysh, es neu aufzubauen, weil es baufällig geworden war. Denn wenn es stimmt, stammt es ja aus der Zeit von Ibrahim und Ismail. Das war also schon sehr, sehr lange her. Dann heißt es, sie hatten Angst, daran zu gehen, trugen aber dann die Steine ab. Bis sie auf die Grundsteine kamen, die konnten sie nicht mehr verändern. Dann wollten sie sie wieder aufbauen und taten es, aber weil das eine Sache von, ich sage mal, nationalem Interesse war, stritten sie, als die Sache zum schwarzen Stein kam. Als der schwarze Stein eingesetzt werden sollte, da stritten sie sich so sehr, dass einige schworen, einander den Krieg zu erklären. Und in dem Moment kam, durch den Innenbereich zur Kaaba hin, kam der Prophet, sah das Salaam, hinein, also Mohammed, damals noch nicht Prophet, und bot sich an. Und sie haben ihn willkommen geheißen. In der Überlieferung heißt es, sie sagten, Al-Amin ist gekommen, der, der vertrauenswürdig ist. Und er hatte einen Entschluss gefasst, er legte den schwarzen Stein auf ein Tuch und beschloss, dass jeder Vertreter der Hauptstämme der Quraysh dort anfassen sollte. Und er selber setzte den Stein an die Stelle und sie mauerten weiter. So wird es überliefert. Dadurch und durch einige andere Sachen wurde er bekannt. Er war also zu dem Zeitpunkt, als er mit Khadija verheiratet war, bereits bekannt geworden. Jetzt kommt ein wichtiges Argument. Wenn man behauptet, dieser Mensch, Mohammed, hätte das Prophetentum behauptet, um berühmt zu werden, um reich zu werden, um mächtig zu werden, das hätte er ganz anders machen können. Zu diesem Zeitpunkt reden wir von jemandem, der absolut gut situiert ist, nach Ortsverständnis durchaus wohlhabend, überhaupt kein Problem mit seiner Gesellschaft hat und sich zu diesem Zeitpunkt, ungefähr mit 40 Jahren, zurückzieht. Das ist der Rückzug in die Höhle Al-Hira. Es heißt, Mohammed wurde beunruhigt durch verschiedene Träume, die er hatte. In einer späteren Überlieferung sagt er, dem Prophetentum gingen Träume voraus, Wahlträume, die mich aber beunruhigt haben. Und er fühlte sich unruhig und fühlte sich durch das Leben, was er fühlte, nicht mehr ausgefüllt und begab sich dann zur Höhle Al-Hira. Die liegt außen, an den Hügeln rund um das Tal Makar. Das Tal selber sieht ungefähr so aus. Es gibt mehrere Straßen, die hineinführen. Und wenn Sie sagen, die Kaaba lag ursprünglich hier und das, was heute schon bebaut ist, war damals nicht bebaut, dann gab es nur einige Häuser rund um die Kaaba herum, mehrere Reihen. Das war nicht sehr viel. Wenn man sich zurückziehen wollte, zog man sich in eins der Wadis zurück, wo man nicht direkt gesehen wurde, hinter ein paar Felsen. Aber man konnte auch den Hügel hinauf, bis man sich in ein, zwei Höhlen zurückgezogen hat. Das war damals nicht so selten. Es gab nämlich etwas, das kommt öfters vor in der alter arabischen Geschichte, man nennt das das Prinzip des Hanif. Der Hanif ist jemand, der bewusst nicht Götter anbetet und von einem einzigen Gott ausgeht, aber weder Jude noch Christ ist. Das ist ein ganz eigenes Prinzip. Moment, nicht, dass ich jetzt über die Zeit drüber gehe. Wir sind gut dabei. Und zwar, der Hanif war damals ein Element, weil die Gesellschaft der Quraysh eine Gesellschaft im Umbruch war. Man betete zwar noch die Götter an, war aber schon ein bisschen skeptisch. Man war mit dem Christentum in Kontakt gekommen, mit dem Judentum in Kontakt gekommen. Juden gab es in Khaibar und auch außerhalb, Christen in Hira im Irak und auch andere, mit denen man zu tun hatte. In Syrien kam man mit ihnen in Kontakt, in Abyssinien auch. Also es gab verschiedene Ideen. Es war eine Gesellschaft im Umbruch. In diesem Moment gab es auch sehr viele, die man als Hanif bezeichnet. Der Begriff wird im Koran mehrfach verwendet. Es ist ein kultureller Topos. Es heißt zum Beispiel, dass Ibrahim von sich selbst spricht und auch der Prophet wird so aufgefordert. Hanifa muslima. Ich bin kein Muschrik, sondern ein Hanif, ein Muslim. Ein Hanif, einer, der sich rein auf den Gottesdienst zu einem Gott bezieht und ein Muslim, einer, der sich in den Willen Allahs ergibt, der sich hingibt. Das ist ein fester Begriff, ein kultureller Begriff. Also der Prophet zieht sich in die Höhle Hira zurück, ungefähr im Alter von 40, sagt man. Und hier beginnt eben das, was wir als den Moment der Herabsendung betrachten. Hier wird der Mensch Mohammed, Sohne des Abdullah, zum Propheten Mohammed. Durch die erste Herabsendung der ersten Ayat. In Übereinstimmung sagt man, dies war der Beginn von der Sura, die beginnt mit Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Das ist bekannt. Allerdings in der Überlieferung heißt es, dass der Engel Gabriel erschien, allerdings in einer menschenähnlichen Gestalt. Und der Prophet berichtet selber, dass das Wesen vortrat und ihn mit einem Tuch wirkte. Dann sagte der Prophet, bis ich befürchtete, keine Luft mehr zu bekommen. Dann sagte er, Iqra. Hier ist wichtig, das heißt nicht unbedingt lies. Das Wort Qara'a ist ein kultureller Begriff, es bedeutet etwas rezitieren. Wer rezitierte denn? Nur Stammesmagier, ein Qahin rezitierte, ein Magier rezitierte, ein Dichter rezitierte. Der Prophet sagte aber auch später, und das wird im Koran ja auch verbalisiert, ich gehörte zu keinen diesen Gruppen. Und der Begriff von Qara'a war sonst nicht bekannt. Wir reden von einem kulturellen Begriff. Also sagt der Prophet auch aus diesem Grund, ma ana biqari, ich bin keiner, der rezitiert. Viele sagen in späterer Sicht, der Prophet war analfabet, um mi, konnte nicht lesen und schreiben. Aber das hat mit dem Begriff Qara'a nur bedingt etwas zu tun. Denn es wird in den frühen Überlieferungen nicht zwingend gesagt, dass etwas aufgeschrieben worden sei aufs Tuch. Haben Sie sich das mal überlegt? Wenn wir sagen lesen, müssen wir ja von einem schriftlichen Text ausgehen, den man ablesen soll, richtig? Aber in den Überlieferungen steht das gar nicht. Da steht nur, der Engel kommt nach vorne und drückt ihn mit dem Tuch. Warum? Dieser Begriff von Qara'a und Qara'a war in alter arabischer Zeit nicht zwingend mit einem Ablesen von schriftlichem verknüpft, sondern ein Rezitieren, eine magische Formel, eine Machtformel, ein Gedicht. Das war Qara'a und Tilaua. Und deswegen sagt der Prophet, ich gehöre nicht dazu, ich kann das nicht. Das passierte dreimal. Und das heißt, als ich es nicht mehr aushielt, sagte ich denn, was soll ich denn überhaupt rezitieren? Und dann kommt die berühmte Aussage des Engels, eqra'b ismi rabbikal ladhi khalaq. Und das heißt, das wird übereinstimmend gesagt bis zur vierten Aya, was dann später als diese Sure bekannt wird. Und das ist der Beginn der Herabsendung. Dass dem Propheten nicht klar ist, was er da hat und dass er völlig verunsichert wird, wird allgemein ausgedrückt. Es wird gesagt, er war schockiert. Er floh aus der Höhle und als er sich hinabbegab, sah er den Engel Gabriel in seiner wahren Gestalt. Es gibt nur einen einzigen Bericht, wonach der Prophet den Engel Gabriel in seiner wahren Gestalt sieht. Andere Engel, zum Beispiel auch den Engel des Todes, sieht der Prophet erst beim Meharaj in seiner wahren Gestalt. Aber dazu müssen wir natürlich uns vorstellen, einen Engel in seiner wahrhaftigen Gestalt zu sehen, geht in der Regel über den Verstand eines Menschen. Wenn Sie sich vorstellen, hier würde ein Engel aus der Wand hervortreten, von mir aus in Menschengestalt. Das würden die meisten ja auch schon nicht verkraften. Aber es wird berichtet, der Engel Gabriel zeigte sich in seiner wahren Gestalt. Die Engel der großen Engelgruppen, wie zum Beispiel der Engel Gabriel, haben einen Thron und sie haben tatsächlich Flügel. Es heißt in der Überlieferung bis zu 600. Die Größe war so groß, dass er in der Entfernung von zwei Bogenmaßen, wie es im Koran heißt, Qaba Qausayni, heißt es, das sind maximal 300 Meter, sichtbar ist. Stellen Sie sich vor, innerhalb von 300 Meter haben Sie ein Wesen, was vom Horizont bis zum Himmel reicht und Sie nehmen es wahrhaftig wahr, sehen, wie es sich bewegt und wenn Sie sich bewegen, bewegt es sich mit. Es ist real und Sie spüren, dass es real ist. Es ist kein Bild. Und das heißt, wo immerhin ich mich wandte, sah ich ihn vor mir. Dann wurde ich von Angst erfasst und begab mich in das Haus meiner Frau und sagte nur, Sammiluni, bedeckt mich. Das ist diese berühmte Äußerung, die dann später in der Sur al-Muzammil verarbeitet wird. Und zu diesem Zeitpunkt weiß noch niemand, was den Propheten widerfahren ist. Keiner kann damit etwas anfangen, denn niemals wurde ein Prophet zu den Araben entsandt vor dem Propheten Mohammed. Sie hatten keine Erfahrung damit. Sie wussten mit diesem Phänomen nichts anzufangen. Hier wird dann gesagt, dass Khadija sagt, es muss etwas Besonderes passiert sein, aber ich weiß es auch nicht. Sie sagte, ich weiß auch nicht, was passiert ist. Gehen wir zu Waraka im Naufal. Das war eine Person, die man als Hanif bezeichnete. Es heißt, er hatte nur sehr weiche Knochen und konnte sich vom Bett nicht mehr erheben, war auch schon sehr alt. Hatte aber in den Schriften der Juden und Christen, die er damals hatte, schon etwas studiert. Welche Form, wissen wir heute nicht. Und er lässt sich beschreiben, was dem Propheten widerfahren ist und sagt, wisst ihr nicht, wer das war? Das muss der Engel Gabriel gewesen sein und wenn das so ist, behüte ihn, denn es wird ihm sonst Übles von seinem Volk widerfahren. Wieder diese Warnung. Das ist in Kurzfassung das, was man dazu sagen kann. Zwei Dinge. Von Anfang an wird gesagt, der Koran wurde stückweise herabgesandt. Dies ist nur das erste Stück. Nach späterer Zeitrechnung und auch nach der Beschreibung des Korans selbst, muss das im Monat Ramadan gewesen sein. Denn es heißt, es wurde im Ramadan herabgesandt. Manche Gelehrte sagen, dass immer im Ramadan etwas herabgesandt wurde. Manche sagen, dass nur zu diesem Zeitpunkt etwas vollständig in den untersten Himmel herabgesandt wurde und dann nach und nach weitergegeben wurde. Aber, Wallah Alam, wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall wird auch in der Sira gesagt, dass der Prophet unsicher war und am Anfang nicht genau wusste, was er davon halten sollte. Ich meine, das nicht mit sich vereinbaren. Und es heißt, manchmal war ich so unsicher, dass ich mich von einer Berghöhe herunterstürzen wollte, um erlöst zu sein von dieser Sache. Dann heißt es, kam der Engel wieder. Und jedes Mal wird in der Sira überliefert, jedes Mal, wenn der Engel Gabriel kam mit einer Offenbarung, kam er in einer schrecklichen Form und der Prophet wurde erfasst, gedrückt, hat sich zusammengekauert, geschwitzt und er beschreibt das selber. Immer wenn der Engel zu mir kommt, um eine Offenbarung zu bringen, fühle ich etwas wie ein Rauschen oder ein Klingeln in meinem Ohr. Mich ergreift Furcht und Schweiß. Es ist schwer zu ertragen, weil der Engel in einer unmittelbaren Form kommt. An anderer Stelle heißt es aber, der Engel Gabriel tritt zu ihm in einer anderen Gestalt und das ist leichter zu ertragen. Aber die schwerste Form war die, die er gesehen hatte, als er von der Höhle Heira herunterkam. Das sind Szenen, die sind auch allgemein bei Muslimen bekannt. Aber wichtig ist der Hintergrund. Der Hintergrund, die Quraysh können mit dem Konzept von Engel nicht recht etwas anfangen. Sie kennen den Begriff Malak und Malaika, aber sie verstehen darunter etwas anderes. Die Quraysh können mit dem Gedanken an einen Gott nichts anfangen, obwohl sie den Namen Allah kennen. Im Koran wird ausdrücklich gesagt, wenn du sie fragst, wer hat den Himmel und Erde erschaffen, dann sagen sie Allah. Der Begriff Allah war bekannt. Aber man verstand darunter eine Art Übergott, der Untergötter hat und der sich irgendwie zurückgezogen hat. Ein Schöpfergott, aber der hat andere, die für ihn den Rest machen. Das war so die Vorstellung. Manche verstanden unter den Engeln Geistwesen, die im Grunde anzubeten sind und weiblich sind. Es heißt im Koran ausdrücklich, meinen sie denn, dass Allah sich Töchter zugestellt hätte und dass Allah sich etwas Weibliches nimmt und ihr wollt nur etwas Männliches haben. In Anspielung darauf, die Araber wollten nur männliche Kinder haben, weibliche Kinder waren nicht so angesehen, aber sie selber sagten, Allah hat Töchter. Das sind verschiedene altarabische Vorstellungen und der Prophet bricht jetzt hier ein und weiß nicht, was er damit tun soll. Alles, was der Prophet erfährt, verbreitet er zuerst in seiner Familie. Die erste Person, die sagt, ich glaube, dass das, was du hast, vom Schöpfer ist und dass das etwas Besonderes ist, dem wir folgen müssen, sagt Khadija. Darum heißt es, der beste Mensch nach den Propheten ist eine Frau, nämlich Khadija bin Khuwaylit. Sie ist die vorzüglichste in der ganzen Ummah nach den Propheten. Darüber besteht bei allen Gelehrten Einigkeit. Wer immer kommt, von wegen Frauenfeindlichkeit, dem könnte man das vorsagen. Man könnte sagen, der Erste, der Iman gezeigt hat bezüglich unseres Propheten, war eine Frau. Und sie gilt als die vorzüglichste überhaupt. Ohne Wenn und Aber. Es heißt, dass der Prophet später sagte, Khadija war als meine Frau und als die Erste, die mich bestätigt hat, so vorzüglich, dass meine späteren Ehefrauen immer eifersüchtig wurden, wenn sie nur ihren Namen hörten. Das ist eine wortwörtliche Aussage. Vor allem Aisha, das ist klar. Es heißt, Aisha war immer eifersüchtig, aber es heißt, die war besonders eifersüchtig bei drei Frauen, nämlich erstmal bei Khadija bin Khawarid, weil sie sagte, dadurch, dass Khadija nun schon verstorben war, war ihr Schatten übermächtig und ich konnte mich dessen nicht erwehren. Die zweite war Joachiria, sie sagte, sie war eine der schönsten Frauen und darum war ich besonders eifersüchtig. Und bei Um Salama, man hatte mir berichtet, dass Um Salama sehr schön sei und ich war etwas besorgt. Dann sah ich, dass sie noch schöner war, als man mir berichtet hatte und ich wurde eifersüchtig. Das sind wortwörtliche Überlieferungen, also ganz, ganz ehrlich. Sie sagt das ehrlich, die Frau nicht, das ist halt so. Auf jeden Fall, Khadija hat eine Sonderrolle. Sie ist die erste, die Iman gezeigt hat, die erste, die den Propheten unterstützt hat. Der erste Mann, der sich zu dem bekennt, was der Prophet bringt, ist wer? Nein. Mann. Abu Bakr, als Siddiq, ist der erste Erwachsene und Ali ibn Abi Talib, der Neffe des Propheten, der Sohn seines Onkels Abu Talib, ist der erste Jugendliche, damals ungefähr 14 bis 15, nach heutiger Rechnung, der sich zum Islam bekennt. Das sind die Ersten, also nur das engste Haus des Propheten. Der Prophet hat es noch nicht öffentlich verkündet. So beginnt das. Wohlgemerkt, auch der Prophet selber muss erstmal in seine Rolle hineinwachsen und weiß noch nicht recht, was er davon halten soll. Und er macht es nicht öffentlich. Am Anfang war das sehr eng verbreitet. Und es ist auch wichtig, es gab keine Verpflichtung, die offenbart wurde, außer einer einzigen. Es gibt nur eine einzige Verpflichtung im Sinne von Hockum, die damals verkündet wurde. Nämlich welche? Welche ist das wohl? Was meinen Sie wohl? Nein, das reicht nicht. Und zwar das Gebet. Keine andere Verpflichtung wurde herabgesandt. Alles andere war freiwillig. Es gab auch kein Pflichtfasten. Das Pflichtfasten des Ramadan kam erst im dritten Jahr nach der Hijra. Aber das Gebet war ziemlich unmittelbar, von Anfang an. Nur das Gebet war damals anders. Das Gebet bestand damals, und merken Sie sich das, weil das in der Sira etwas anders steht, zum Teil von ihm ist Haag. Das Gebet bestand damals nur aus zwei Raka und es bestand nur aus einem zweimaligen Gebet. Morgens vor Sonnenuntergang, Morgens vor Sonnenuntergang und abends nach Sonnenuntergang. Das war das Erste, was bestimmt wurde. Darum sagt Aisha, und sie ist die beste Interpretin für die Sache und die beste Überlieferin. Sie sagte, im Islam begann das Gebet mit einem zwei Raka-Gebet. Und es war nur zweimalig, des Morgens und des Abends. Das ist das, was im Koran genannt wird, Das ist das, was man mit Gebet versteht bei den Gelehrten. Das war ein zwei Raka-Gebet. Und Aisha sagt, in der ersten Zeit bestand es nur aus diesen. Später wurden die zwei Raka-Gebete auf vier erhöht. Hier haben Sie einen Beleg, warum, wenn Sie das Mittagsgebet, das Nachmittagsgebet und sogar das Dämmerungsgebet und das Nachtgebet haben, nach der Fatiha rezitiert wird, nur in der ersten und zweiten Raka, weil die dritte und vierte zugesetzt ist. Sie waren nicht die ursprünglichen. Beim Pflichtgebet, haben Sie sich das schon mal überlegt, rezitieren Sie außer der Fatiha hier etwas anderes, aber nur in der ersten und zweiten Raka. In der dritten und vierten wird nie außer der Fatiha etwas rezitiert. Der Grund ist, weil diese beiden Raka oder diese einzelne bei Magrib zugesetzt wurde, in späterer Zeit. Sie gehörten nicht zum ursprünglichen Gebet dazu. Darum hat nur das ursprüngliche Gebet eine Rezitation nach der Fatiha gehabt. Bei den Sunna-Gebeten ist es aber anders. Alle Sunna-Gebete hatten ursprünglich auch nur die Form von zwei Raka. Wenn sie heute teilweise in vierer Form sind, liegt das daran, dass der Prophet in der späteren Zeit von Madina dazu überging, zwei und zwei zu vier zusammenzufassen. Aber da war es so, dass ja die ersten zwei schon voll Rezitationen hatten und die anderen zwei auch. Daher gilt die Regel, wenn man vier oder mehr Raka Sunna verrichtet, wird in jeder Raka rezitiert, außer der Fatiha, beim Pflichtgebet aber nur in der ersten und zweiten. Das ist der eigentliche Grund. Das ist das Schöne, wissen Sie, wenn Sie sich auskennen, Sie finden einen Grund für das, was Sie tun. Sie tun nicht etwas und wissen nicht warum. Nur in der ersten und zweiten Raka wird rezitiert beim Pflichtbereich, weil Aisha deutlich überliefert, nur da. Das waren die ursprünglichen Einheiten des Gebets im Islam. Alles Spätere kam später hinzu. Und sie sagt, aber auf der Reise verblieb das Gebet in der Form, wie es ursprünglich offenbart wurde. Und das sind wirklich Hintergründe, wenn man sie hat, man versteht vieles besser. Man hat ein besseres Verständnis von der Sache. Jedenfalls, das Morgengebet verrichtete man üblicherweise zu Hause. Das war kein Problem. Ein Problem war aber das Dämmerungsgebet. Warum? Wie läuft denn der Tagesablauf ab? Überlegen Sie es mal praktisch. Wir reden über Menschen. Wir reden nicht über Bücher. In dieser Weltregion, wann arbeiten Sie? Sie stehen morgens auf, bevor die Sonne wirklich sich erhebt, gehen Sie raus und machen Ihre Tagesgeschäfte. Dann ist die Mittagszeit. Da tun Sie schnell, dass Sie in den Schatten kommen. Da sehen Sie nämlich nichts mehr. Sie sind geblendet von der Sonne und werden gebacken von oben bis unten. Dann werden Sie schauen, dass Sie schnell in einen Schatten kommen. Am Nachmittag, wenn die Sonne nicht mehr ganz so hoch steht, gehen Sie zum zweiten Mal raus. Das ist die zweite Arbeitstätigkeit. Und bleiben draußen, bis die Dämmerung eintrifft. Aber viele werden von der Dämmerung draußen überrascht. Darum heißt es, typischerweise, wenn das Marrib-Gebet angesagt war, befand sich der Prophet, s.a.w. nicht immer in seinem Haus. War also gezwungen, es irgendwo draußen zu verrichten. Das sind die Überlieferungen, wo es heißt, er zog sich mit Ali an einem Ort zurück, wo man ihn nicht so gut gesehen hat. Zum Beispiel heißt es in einer Überlieferung, einmal wurden sie von der Dämmerung überrascht und mussten das Gebet verrichten. Dann zogen sie sich in eins der Wadis zurück, was also etwas von den Häusereien entfernt war, in Makkah. Er zog sich mit Ali zurück, aber Abbas folgte ihnen, weil er Ali gesehen hatte. Dann sah Abbas, wie der Prophet und Ali sich verbeugten im Gebet. Und danach fragte Abbas, ganz treuherzig, sag mal, was ist das eigentlich für eine komische Art der Anbetung, wo der Hintern sich höher erhebt als der Kopf? Er war offen, er hat das so gefragt. Und dann meinte der Prophet, das ist das, was mir der Schöpfer offenbart hat. Und dann meinte Abbas, gut, sagte er zu Ali, ich denke, das ist gut, bleib ruhig dabei. Nicht mehr, nicht weniger. Das war halt Abbas, ganz offen. Und das fiel halt auf. Deswegen, im Laufe der Zeit heißt es, erfuhren immer mehr Leute, dass der Prophet etwas tat, was nicht in ihr Schema passte. Der Islam fing an, sich zu verbreiten, aber noch hat der Prophet das nicht deutlich gemacht. Bis hin zu dem Punkt, wo es immer mehr Leute gab, die am Islam Interesse hatten und es eigentlich kein Haus in Makkah gab, wo man nicht davon sprach, weil es eine neue Idee war. Hier begannen die Oberhäupte der Quraysh aufmerksam zu werden. Hier möchte ich einen Einschnitt machen. Bis hierhin fragen. Sonst spreche ich nur, das ist nicht gut, dann schlafen Sie gleich ein. Liegt einfach an der Tatsache, wenn einer nur spricht, dann schlafen die anderen ein. Das geht nicht. Was meinen Sie? Keine Frage zum Komplex. Doch, bestimmt. Ja, also, Nummer eins, zwei, drei. Bitteschön. Ja, dahinter. Bitteschön. Es gibt eine Überlieferung, wo es heißt, als er ein Junge war, wahrscheinlich so im Alter von sieben Jahren, dass die Engel ihn genommen hätten und dass sie ihn aufgewogen hätten. Der Prophet beschreibt es in der Überlieferung oder in der Sira, da nahmen sie mich und wogen mich auf. Wie, wissen wir nicht. Als ob man eine Waagschale hätte und man wiegt ihn auf gegen andere. Es heißt, da wogen sie mich gegen hundert meines Volkes auf. Interessant ist, das ist eine Beschreibung, wie wir sie bei Me'raj auch finden, so als ob man hundert Männer nehmen würde und sie aufwiegt. Ja, also, das sind Sachen, die sich irgendwie außerhalb des Diesseits schon befinden. Irgendwie in einer seltsamen Zwischenebene. Deswegen wissen wir nicht genau, was der Junge, der fortlief und das Halima sagte, wirklich gesehen hat. Aber der Prophet selber berichtet es so. Ja, bitteschön. Moin. Oder erst noch zwei. Ja, bitte. Ja. Ja. Den würde ich gerne noch ein bisschen mitnehmen. Gut, ja. Das ist wichtig, ja. Ich kannte das alles bis jetzt nur als Leser. Ja. Das hat mich beeindruckt, weil Lesen ist ja nur, nicht nur Buchstaben lesen, sondern auch Sehendes lesen, Hörenes lesen. Und wer liest, der kann ja so einfach Zahlen erfinden. Das war sozusagen, das ist der erste Befehl Dies. Und das ist eigentlich alles, was man braucht, dem Amatia zu finden. Ja, aber... Kann man das noch ein bisschen mehr definieren? Ja, also es gibt den Begriff von Qira'a. Das kommt von dem Verb Qara'a. Und es gibt den Begriff von Tilawa. Das kommt von Talayetlu. Es ist so, in der altarabischen Zeit war das Schreiben und auch das Lesen von Buchstaben eine nicht häufige Kunst. Der Begriff von Qara'a oder Qira'a kann zweierlei bedeuten. Entweder etwas abzulesen, das ist möglich. Die zweite Möglichkeit, etwas zu rezitieren. Deswegen sagen wir auch zum Beispiel Qira'atul-Quran ist entweder das Ablesen aus dem Mus'haf oder es ist Tilawa. Diese Doppeldeutigkeit des Begriffes Qira'a hat sich bis heute im Arabischen erhalten. Beim Quran. Wenn ich sage Hua Qara'a Al-Quran dann heißt es nicht unbedingt er hat ihn nur abgelesen. Es kann auch heißen er rezitiert ihn aus dem Gedächtnis. Darum heißt der Qari der Quran Rezitator. Der, der den Quran vorträgt. Man sagt Qura'a Al-Quran. Das sind die, die den Quran eigentlich nicht lesen. Das ist eine typisch arabische Fehlübersetzung von Hilfsübersetzern. Es heißt, die den Quran rezitieren. Es ist ein Doppelbegriff. Qara'a kann bedeuten, ich rezitiere aus dem Gedächtnis ohne etwas Schriftliches vor mir oder ich lese etwas Schriftliches ab. Es kann beides sein. Aber in alter Zeit war das ein kultureller Begriff und bedeutete, dass jemand etwas rezitiert, was eine Machtformel, eine magische Formel ist. Vielleicht auch eine Zauberformel, eine Heilungsformel, eine besondere Rezitationstechnik wie beim Dichter. Es ist nicht von ungefähr, weil es hier einige Dinge gibt, die sie noch wissen müssen. Das passt jetzt in den Zusammenhang. Im Quran wird wiedergegeben, wie der Prophet durch Weisung Allahs sich gegen Vorwürfe zu schützen hat. Man wirft dem Propheten jetzt mehrere Dinge vor. Man sagt, du bist ein Scha'ir, ein Dichter. Man sagt, du bist ein Kahin. Es heißt, wa ma hua bi kahin. wa ma hua bi shair. Er ist aber kein Kahin und kein Shair. Und dann heißt es, er ist ein Majnun. Er ist ein Besessener. Majnun ist eigentlich jemand, der von Jinn besessen ist, von Geistwesen besessen ist, der Majnun. Sie sollten wissen, dass man in der altarabischen Zeit, wie übrigens bis in die klassische Zeit, verschiedene Arten von Sprache unterscheidet. Und sie gehören zu diesen Prinzipien. Und zwar unterscheidet man nach folgenden Formen. Im Arabischen sagt man, es gibt die freie Rede. Das ist Nasr. Nasr. Sie könnten sagen, freie Rede. Das ist die normale Rede. Nasr. Nasr bedeutet zerstreuen, ausstreuen. So als ob ich einen Haufen Körner nehme und sie ausstreue. Da ist keine Ordnung dabei. Die normale Rede. Und dann gibt es das Geordnete. Das ist die gebundene Rede, die Dichtung. Die gebundene Rede, das ist die Dichtung. So. Und dann gibt es etwas Spezielles. Der Koran ist weder eine Dichtung, er ist nicht Nasr. Noch ist er eine freie Rede. Warum? Das Charakteristische der altarabischen Dichtung ist, sie haben zwei Dinge. Sie haben ein Versmaß, das Wazn, und sie haben den Endreim, Qafir. Die freie Rede hat weder das eine noch das andere. Ein Gedicht folgt in der klassischen Technik, im Arabischen, einem Maß. Die Silben werden eingeschränkt, die Längen werden genau definiert. Das nennt man Wazn. Das Gewicht, das Maß. Und sie haben Qafir, den Endreim. Der Koran hat kein Wazn, aber er hat Qafir. Halima, Kabira, Azima, das ist ein Endreim. Deswegen sagt man, das ist eine Sonderform. Man nennt sie Sajjah. Dieses Sajjah, dafür gibt es keinen deutschen Begriff. Manche sagen Reimprosa, aber das ist, besser als nichts. Es gibt keinen richtigen Begriff im Deutschen, weil es dieses Prinzip nicht gibt. So jetzt. Der Sha'ir benutzt Nazm. Der Sha'ir benutzt Nazm. Das war jetzt nicht so schön. Darum sagt der Prophet deutlich, ich bin kein Dichter. Wie kommt er denn darauf? Ich benutze ja kein Nazm. Und dann sagen sie, er ist ein Majnun. Ein Majnun wird nur stammeln. Der benutzt weder Nazm, noch Nazr, noch sonst was. Und ein Kahin. So, und jetzt kommen wir zum Punkt. Ein Kahin benutzt nämlich das Sajjah. Das ist nämlich genau der Punkt. Diese Form des Sajjah war eine magische Form, die man üblicherweise verwendet hat mit Qira'ah. Qira'ah und Sajjah ist das, was im altarabischen Verständnis der Kahin oder auch einige andere Formen der Wahrsager verwenden. Darum sagten die Quraysh, die waren ja nicht dumm, die Quraysh, sie haben gesagt, wir versuchen das zu verstehen, was du uns da bringst. Du bist also offensichtlich ein Kahin. Und der Prophet und Allah sagen, nein. Was ist der Unterschied? Der Kahin benutzt Sajjah. Der Kahin verwendet Qira'ah. Aber was hat der Kahin nicht? Er hat keinen Anspruch, der über einen ganz begrenzten Bereich, nämlich den seines Stammes, hinausgeht. Er ist ein Stammeszauberer und ein Magier. Der Koran jedoch ist von vornherein bestimmt für die Menschen insgesamt. Und der Koran hat eine Art des Aufbaus, die nichts mit einem Stammesdenken zu tun hat, fern davon. Daher sagt Allah, sprich, ma anabikahin, ich bin kein Kahin. Ich interessiere mich nicht für eure Götter. Ich interessiere mich nicht für eine Stammesbezogenheit. Ich bin gesandt als Rahmatun lil'alamin. Barmherzigkeit für die Menschheit insgesamt. Also, wenn ich auch Sajjah benutze, es ist nicht dasselbe. Es sind verschiedene Aspekte. Noch einmal, die freie Rede, Nathr, benutzt man allgemein. Nathr ist die gebundene Rede, die Dichtung. Das benutzen die Dichter. Und Sajjah ist die Reimprosa. Das haben manchmal die Kahin-Leute benutzt, aber in einer anderen Art und Weise. Allah benutzt also das Sajjah, um auf etwas Heiliges hinzudeuten. Denn damals war das Sajjah eine besondere Form der Würdigung, wie die Araber es verstanden haben. Denn der Koran ist zuerst zu den Arabern gesandt. Denn die sollten es ja verstehen können. Er sollte es in seinem Volk berichten. Darum ist der Koran auf Arabisch. Irgendein Volk musste ausgewählt werden. Es wurde das Arabische ausgewählt, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt Gründe. Ich lasse es jetzt mal außen vor. Und aus diesem Grunde musste etwas gewählt werden, was den Menschen damals die Besonderheit vor Augen geführt hat. Und das war die Form des Sajjah. Dass die Koran selber sich nicht erklären können, was der Prophet da jetzt bringt, kommt in vielen Überlieferungen raus. Wo es nämlich zum Beispiel heißt, wir wundern uns, wie jemand, der gar nicht als Dichter ausgebildet ist, solche Sachen sagen kann. Und wir verstehen nicht, wie er darauf kommen kann. Es hört sich schön an, aber wir verstehen es nicht. Sogar die, dazu komme ich später, die dann seine größten Feinde werden, von denen wird berichtet, dass sie heimlich beim Haus des Propheten gelauscht haben. Einmal fragte man Abu Jahel zum Beispiel, wir haben dich gesehen. Ja, du hast beim Haus des Propheten gesessen und hast zugehört. Er sagte, ja. Warum denn? Du sagst doch, er ist ein Lügner. Ja, das sage ich. Du sagst, er ist ein Heuchler. Ja, das sage ich. Und du sagst, er bringt ihm keine Wahrheit. Ja, das sage ich. Und warum sitzt du? Weil es so schön ist. Das ist Originaltext. Also das ist unmittelbar Originaltext und man merkt, in dieser Sprache ist etwas, was die Menschen unmittelbar angesprochen hat. Das ist das Besondere. Das sollten Sie noch wissen zu dem Thema. Wenn Sie auf den Aspekt von Qara'a hinausgehen, Qara'a verwendete man für jede Art von besonderer Sprache. Also für Nazm und für Sajjah. Manchmal auch für Schriftliches, aber Schriftliches war sehr selten. Es gibt nur eine Überlieferung, wonach man etwas Schriftliches lange aufbewahrt hat. Bei der Kaaba nämlich. Wissen Sie, was das ist? Die Muallakat. Die Muallakat, das gebe ich als letzten Punkt. Wir wollen ja eigentlich jetzt nicht hier Sprachgeschichte machen. Obwohl das ein bisschen auch dazu gehört. Abisli. Abisal. Gehört es doch dazu. Und zwar die Muallakat. Das gehört zum Allgemeinwissen, wissen Sie. Wenn Sie als Muslim nicht wissen, was die Muallakat sind, irgendwie macht man sich da lächerlich. Deswegen, das sollten Sie schon wissen. Also, Al-Muallakat. Die heißen so, Al-Muallakat, wörtlich die Angehängten. Es gab einige Dichter, sieben vorislamische Dichter, deren Dichtung nach damaliger Auffassung von so großer, hervorragender Qualität war, dass man sie für würdig befand, geschrieben oder gestickt zu werden und bei den Umhängen der Kaaba angehängt zu werden, damit alle, die zum Hatsch kamen, es lesen sollten. Darum nannte man diese Gedichte Muallakat. Diese Gedichte sind bis heute die besten Beispiele der alten, klassischen, vorislamischen Dichtung. Und man nennt sie bis heute Al-Muallakat. Aber sie heißen eben so, weil sie ursprünglich, angeblich, an die Vorhänge der Kaaba angeheftet wurden. Eben angehängt. Das ist der Hintergrund. So. Gut. Jetzt noch Fragen. Immer zu. Ich werde nicht die ganze Zeit nur sprechen. Bitte schön. Bitte, bitte. Ja. Anna. Ja. Ist richtig, ja. Dazu gibt es eine Überlieferung, wonach während des Meiraj der Prophet, sich den Schleiern um den Thron Allahs herum annähert und der Schöpfer ihm aufträgt, sage deinem Volk, dass sie 50 Mal des Tags und des Nachts ein Gebet verrichten sollen. Und dann heißt es, dann begibt sich der Prophet wieder zurück und auf dem Rückweg begegnet der Musa und der fragt ihn, was hat dein Herr denn aufgetragen. Und dann sagt der Prophet, 50 Gebete des Tags und des Nachts. Und dann sagt Musa, also das wird dein Volk niemals ertragen. Ich rate dir, geh zurück und bitte um Erleichterung. Und das geht so lange, bis er bei 5 ist. Das wird also in der Sahih-Überlieferung überliefert. Das ist richtig, ja. Also die Zahl 5 im Übrigen, auch das ist ein Punkt, der Meiraj ist zeitlich nicht leicht einzuordnen, aber die meisten Überlieferungen deuten darauf hin, dass es kurz vor der Hijra gewesen ist. Jetzt ist es aber so, die Verpflichtung zum Gebet ist wesentlich älter. Hier in der Sira-Form von eben Ishaq oder auch anderen von Martin Links scheint der Eindruck erweckt zu werden, als ob der Engel Gabriel in der berühmten Überlieferung gleich am Anfang kommt und dem Propheten zeigt, wie man betet. Dann werden aber die Überlieferungen gebracht, die das 5-malige Gebet beschreiben. Aber wie eben gesagt, kann das nicht stimmen. Denn das 5-malige Gebet kommt erst relativ spät. Das kann ja notwendigerweise erst nach dem Meiraj gekommen sein. Der kommt aber frühestens, sagen wir mal, ein Jahr vor der Hijra. Das heißt, was ist all die Jahre vorher passiert. Zweimaliges Gebet. Übrigens, das Fasten am Tag Aschura und auch am Tasu'atag, also 9. und 10. von Muharram, geht auch auf die vorislamische Zeit zurück. Und damals hat der Prophet und haben die frühesten Prophetengefährten diese Tage gefastet. Nicht als Pflicht, aber grundsätzlich haben sie dort schon gefastet. Und später wurde das bestätigt, nicht als Pflichtfasten, aber als ein wünschenswertes. Also es gibt schon so Beziehungen. Aber es war damals noch keine Pflicht. Damals pflegten offensichtlich auch die Nicht-Muslime, diesen Tag zu fasten. Deswegen ist das nicht so unwahrscheinlich. Gut, weitere Fragen? Ja. Richtig, ja. Ja, richtig. Es ist so, wir sagen, dass alles, was mit den Riten des Hatsch zu tun hat, ursprünglich, wenn es eben nicht mit Politeismus zu tun hat, auf Ibrahim zurückzuführen ist. Das Umrunden der Kaaba ist ein Hinweis auf eine andere gottesdienstliche Form. Und zwar, ich will es Ihnen mal andeuten, dass Sie selbst drauf kommen. Muss man beim Umrunden der Kaaba Tahara haben oder nicht? Ja, Sie müssen die volle Tahara haben. Haben Sie sich einmal überlegt, warum Sie rechtsläufig, also gegen den Uhrzeigersinn, die Umrundung verrichten, warum man das tut? Keine andere Religion tut das. Alle anderen werden im Uhrzeigersinn, so wie der Sonnenlauf scheinbar ist, das um durchführen, wenn Sie sowas durchführen. Es hat einen Grund. Was ist die Kaaba in diesem Moment? Das finden Sie in modernen Büchern nicht mehr. Die Kaaba vertritt in diesem Moment den Imam. Es ist im Grunde, als würden Sie das Gebet, wo hier ein Imam steht und hier Sie, übertragen auf einen Kreis. In alter Zeit kannte man zwar schon eine Verbeugung, Niederwerfung und so weiter, aber die Umrundung ist eine Art Gebet, wo Sie die Handlungen in Kreis übertragen. Darum haben Sie die Tahara, darum haben Sie das Rechtsläufige. Die Zahl 7 bezieht sich auf etwas anderes, nämlich auf die Überlieferung, die eindeutig auch durch den Koran gestützt wird, dass es nicht nur eine Kaaba gibt, sondern weiß das jemand? Wo gibt es noch eine andere Kaaba? In jedem der Himmel gibt es eine eigene Kaaba und in jedem Himmel machen die Engel einen Tawaf um die Kaaba ihres Himmels. Darum, weil wir sagen, es sind sieben Himmel, Saba Osamarat, werden sieben Umrundungen gemacht und indem wir das machen, stellen wir eine Beziehung her zu den Himmeln über uns. Wir sind in diesem Moment, wenn wir den Tawaf verrichten, ein Spiegelbild dessen, was in den Himmeln über uns passiert und umgekehrt auch. Denn die Engel machen Tawaf um die Kaaba ihres Himmels, so wie die Menschen auf der Erde Tawaf um die Kaaba des Diesseits machen. Es ist ein Spiegelbild, mehrfach. Jede Zahl hat eine Bedeutung beim Hatsch, jede Form hat eine Bedeutung. Wenn man das mit Bedeutung füllen könnte, würde man den Hatsch ganz anders machen können. Sonst sagt man, ich habe da ein Steinhaus und weiß nicht, was ich da soll. Wenn mir aber bewusst ist, was ich da tue, mache ich den Hatsch anders. Warum rechts? Rechtsläufig, wenn man, ich mache das nochmal zeichnerisch, wenn wir die Kaaba betrachten, ja, es gibt zu der Kaaba so einige Besonderheiten, so, sagen wir, hier haben wir die Ecke des schwarzen Steins, wo man den Tawaf ja beginnt, hier ist die Tür, wenn ich jetzt das betrachte, ich beginne den Tawaf immer hier, was vor der grundsätzlichen Ausrichtung vom schwarzen Stein ist, wird nicht als Schaut, also als Umrundung gezählt. Hier umrunde ich die Kaaba, wobei ich, wohlgemerkt, wie vorhin gesagt, um den Hatim, die Umrundung, herumgehen muss. Hier ist die erste Umrundung vorbei. So, das bedeutet jetzt, wenn ich hier rumgehe, es ist so, als wäre ich im Zwei-Rakka-Gebet. Hier ist der Imam und hier bin ich. Sehen Sie? Hier ist die Kribla. Nur, die Kaaba ist Zentrum unserer Kribla. Also können wir nicht dauernd ausgerichtet sein. Das ist der Pol. Es ist, als wäre der Imam hier direkt auf dem Punkt der Kribla und also ist es nur logisch, dass wir uns so drehen. Das ist alles, ich meine, wenn man das einmal so im Hintergrund hat und die Überlieferung, die es Sahih dazu gibt, dazu nimmt, das ist also jetzt keine Erfindung, sondern es wird ausdrücklich gesagt, dann gewinnt das Ganze eine Logik. Verstehen Sie? Es wird auf einmal eine nachvollziehbare Sache. Es ist nicht irgendein komischer Ritus, den man sich irgendwo ausgedacht hat, sondern es entspricht dem, was wir machen. Es wird eine logische Sache. Und das ist das Besondere. Wie können Sie wirklich überzeugt sein, wenn Sie nicht die Hintergründe aus den Hadithen und der Logik zusammen haben? Hier passt beides zusammen. Es heißt in der Überlieferung, die Kaaba ist der Imam der Muslime, wenn sie den Tawaf machen. Und das passt auch in der Überlieferung. Das passt völlig überein. Des Weiteren wird gesagt, in der Überlieferung, in der Sahih-Überlieferung, jeder Himmel hat eine Kaaba. Wird gestützt durch die Aussagen des Korans, dass zum Beispiel der Ort, wo der siebte Himmel beginnt, die Kaaba dort heißt Al-Baytul-Ma'mur. Der Name der Kaaba des siebten Himmels ist bekannt, das ist Al-Baytul-Ma'mur. Der Name der Kaaba der Erde ist Al-Baytul-Atiq. Und der Name der Kaaba des untersten Himmels, wo also die Ebene der Himmel beginnt, ist Baytul-Izza. Denn in der Überlieferung heißt es, als Jibril den Koran herabbringt, so legt er die Offenbarung bei Baytul-Izza nieder. Ich schreibe die drei Namen nochmal auf. Das sind die Namen, die wir kennen. Leider kennen wir die Namen der anderen Kaabas nicht. Aber diese drei sind bekannt. Wörtlich das fest errichtete Haus Al-Baytul-Ma'mur. Das ist die Kaaba des siebten Himmels. Dann haben sie Baytul-Izza. Das Haus der Würde oder der Macht. Das ist die Kaaba des ersten Himmels. Und dann haben sie die Kaaba, die wir hier auf Erden sehen. Das nennt sich Al-Baytul-Atiq, das alte Haus. Die drei Namen sind bekannt. Baytul-Izza durch die Überlieferung und Al-Baytul-Atiq und Al-Baytul-Ma'mur durch den Koran selber. Genau. Gut. Bitteschön. Ja, machen Sie es aus untereinander. Es ist schwierig, wie man bei einer Kugel ein geografisches Zentrum ausmachen sollte. Es gibt zwar verschiedene Theorien dazu, also Stichwort Ansammlung von Masse und so weiter. Ich sage mal, das mag sein, aber das berührt mich eigentlich relativ wenig. Also es gibt keinen echten Beweis dazu. Mag sein, kann sein, aber ich wüsste nicht, wie man sich das ausgerechnet hat. Mag sein, aber der Logik nach eigentlich nicht. Denn ich meine, Kugel ist Kugel. Das Zentrum kann nur das Innere sein. Auf der Außenfläche einer Kugel kann ich ja kaum ein Zentrum ausmachen. Das möchte man gern. Das sind so die pseudowissenschaftlichen Sachen, aber es gibt einige Untersuchungen, die sagen, dass geologisch einige der ältesten Erdschichten da sind. Das mag sein. Das kann sein, warum nicht? Aber ich denke mal, das beeindruckt mich in meinem Iman nicht. Das fügt mir weder etwas zu, noch ist es etwas anderes. Aber die Vorstellung, dass die Kaaba des Diesseits ein Spiegelbild dessen ist, was sich in den Himmeln über mir tut, das ist für mich schon entscheidend. Oder die Überlieferung, die heißt, auch eine berühmte Überlieferung in der Kosmologie, jede Kaaba liegt direkt über der Kaaba, die unter ihr ist. Hier ist die Rede von einer kosmischen Gesamtachse. Es wird gesagt in der Beschreibung, dass der Prophet sagte, und würde ein Stein vom Boden einer Kaaba, eines übergeordneten Himmels herabfallen, würde er auf das Dach der Kaaba, die darunter ist, fallen. Das ist die genaue Beschreibung einer gesamtkosmischen Achse. Das heißt, eigentlich, wenn Sie bei der Kaaba stehen, dass sich hier eine gewaltige Achse auftut, die sich durch alle sieben Himmel durchzieht und bei dem Kursi, dem Unterthron Allahs, endet. Nicht mehr, nicht weniger. Das ist doch was. Das ist etwas Beeindruckendes. Wenn mich einer fragt, warum die Kaaba, sage ich, weil hier eine Achse sich durch die Himmel durchzieht und alle Engel sich um diese Achse herumdrehen. Alle Engel, die in allen Himmeln sind, drehen sich um diese Achse. Und das, was wir machen, ist nichts als ein Spiegelbild dessen, was sich in sieben Himmeln tut. Das ist doch wohl was. Und das ist überliefert. Es gibt eigentlich kein Parallel. Das ist etwas, was jenseits unserer Vorstellung ist. Denn der unterste Himmel beginnt dort, wo die Sinneserscheinungen und die Sinneswahrnehmungen des Diesseits nicht mehr hinreichen. Das bedeutet, das, was wir Weltraum nennen, bezeichnen die Theologen als, wie es im Koran heißt, ma bayna samawati wal art. Wie wird das beschrieben? Es heißt, und wir haben das, was zwischen den Himmeln und der Erde ist, also diesen Zwischenraum, verschönt, sayyannahu, wir haben ihn ausgeschönt, verschönert, mit masabih, mit Lichtquellen. Der gesamte Weltraum mit all den Millionen Lichtjahren Entfernung ist ein abgeschlossener Bereich, wie auch immer. Und erst, wo der gesamte Weltraum endet, da beginnt die Grenze des ersten Himmels. Erst da. Überlegen Sie mal. Der naheste Fixstern, den wir kennen, ist Alpha Centauri, ich glaube 250.000 Lichtjahre entfernt. Man hat Licht, man hat Quellen ausgemacht, wonach man sagt, die Quelle dieser Strahlung muss ungefähr 650 Milliarden Lichtjahre entfernt sein. Trotzdem sind wir noch weit entfernt vom ersten Himmel. Wenn Sie dann hingegen eine Aussage finden, wie im Koran, wo es heißt, Ta'arujul malaikatu ilaihi fi yawmin kane miqadaruhu khamsina alfasana. Die Engel streben empor zum Thron. In einem Zeitraum von 50.000 Jahren. Nur, wenn Sie fragen, was sind das für Jahre, heißt es in einem anderen Ayah, alfus sanatil mimma ta'udun, 1000 Jahre in dem Maße, wie ihr rechnet. Es sind 50.000 Jahre. Überlegen Sie mal, wie wenig das ist, im Vergleich. Deswegen, das sind alles Dinge, die eigentlich zu Elm al-Awalim gehören. Das ist die alte Kosmologie. Das wird aber seit ungefähr 250.000 Jahren nicht mehr verbreitet. Seit ungefähr 250.000 Jahren gibt es Dinge, die, obwohl genauso gut überliefert und bestätigt, wie andere Bereiche des islamischen Wissens nicht mehr so verbreitet werden. Warum? Weil sie für das tägliche Leben vielleicht nicht unmittelbar Bedeutung haben. Aber sie sind eine Erklärung für das, was wir machen. Aber die meisten Leute interessieren sich dafür nicht mehr. Es ist auch ein bisschen schwierig und vor allen Dingen, es erfordert ein großes Umdenken. Denn stellen Sie sich vor, Sie müssten umändern, was Sie bisher denken. Was, wenn Sie das, wenn Sie sagen müssten, das, was sich vorher für festhielt, ist auf einmal nicht mehr fest. Meine Definition von Seele und Körper wird auf einmal durcheinander kommen. Die Frage, was ist Engel, wird viel gewaltiger. Also das sind Dinge, die können Sie bestätigen, aber wenn Sie sich nicht gut auskennen oder schwach sind im Iman, kann es Sie ableiten. Darum haben viele Gelehrte gesagt, das sollten wir nur jemandem erklären, der fest und gefestigt ist. Aber grundsätzlich gibt es sehr viel dazu. Sehr, sehr viel. Und das ist etwas, was man auf jeden Fall gebrauchen kann, das Wissen, die Kaaba ist nicht irgendein dummes Stück aus Stein, sondern es ist der Punkt einer kosmischen Achse. Das ist dann deutlich überliefert. Im Koran ist der Name genannt. Also der Koran selber ist belegt dafür. Also das ist nicht eine Erfindung oder so etwas. Das ist Realität. Und wenn man sich die Gewaltigkeit, diese Realität klar macht, kann man die Kaaba wertschätzen. Dann kann man auch den Hatsch wertschätzen. Viele machen den Hatsch und fühlen auch was, aber hier ist etwas ganz anderes im Hintergrund noch. Ja, beim Stein gibt es mehrere Sachen. Es gibt nicht nur einen Stein. Denn sowohl die Überlieferung als auch die Realität zeigt uns, dass es vier Steine gibt bei der Kaaba. Aber nur einer ist berühmt. Als die Kaaba errichtet wurde, wurden vier Steine eingesetzt. Es heißt in der Überlieferung ganz klar und eindeutig, Jibril, a.s. brachte Ismail und Ibrahim vier Steine. Drei waren von Bergen des Diesseits. Manche sagen vom Judi, manche sagen von anderen. Die wurden in die Ecken der Kaaba eingesetzt. Ich sage gleich noch was dazu, was man bis heute bei den Steinen sehen kann. Auch wenn man heute nicht nah genug rankommt, um alles sehen zu können, weil die Wächter einen da weghauen. Das ist halt so. Aber der schwarze Stein hier hat eine besondere Geschichte. Nach den meisten Überlieferungen war dies ein Stein, den Jibril aus dem Paradies gebracht hat. Nach den Überlieferungen war dieser Stein ursprünglich weiß, soll aber auf der Erde langsam schwarz geworden sein. Walao Adam und bestimmt. Dieser Stein wurde nur dreimal, soweit ich weiß, herausgelöst. Einmal bei dem Neubau der Kaaba. Das muss dann im sechsten Jahrhundert gewesen sein. Das zweite Mal wurde dieser Stein gestohlen. Das war im neunten oder Anfang des zehnten Jahrhunderts. Es gab damals eine Sekte, die Karameter. Sie überfielen während der Hatschperiode Makkah, töteten alle, die Hatsch machten und haben die Kaaba halb zerstört und haben den schwarzen Stein mitgenommen nach Bahrain, wo sie ihren Sitz hatten. Das war eine spezielle Sekte. Sie behielten diesen Stein, ich glaube, 20 oder 30 oder 40 Jahre, bis dieser Stein vom abbasidischen Kalifen wieder zurückgeholt wurde. Das dritte Mal wurde dieser Stein entfernt durch eine Restaurierung. Ich glaube, das war in der Zeit um 1600, weil ein Großbrand ungefähr um 1620, 1650 einen großen Teil des Haram zerstört hat in der osmanischen Zeit und man musste damals große Restaurationsbauten wieder vornehmen, um den Haram zu erneuern. Der Stein soll während des Feuers in drei Stücke zersprungen sein. Darum ist der Stein damals durch ein Silbergitter eingefasst worden, durch ein Silberdrahtgitter und darum ist er heute auch durch einen Silberrahmen eingesetzt, damit er überhaupt noch Festigkeit hat. Vorne ist er noch relativ glatt, aber hinten ist er in drei Stücke zersprungen. Das sind die drei Male, von denen ich weiß. Die anderen Steine sind erhalten. Es gibt zum Beispiel verschiedene Sunnan, die man heute gar nicht beachtet. Es gibt zum Beispiel eine Sunna, gut, man kann es oft nicht wegen der Masse, zum Beispiel hier in der jemenitischen Ecke und auch hier gibt es verschiedene Steine und es gibt Sunnan, ich habe sie selber noch gelesen, in alten Werken, wo es heißt, hier pflegte man früher an der Ecke entlang zu streichen. Genauso wie es eigentlich der Sunna entspricht, wenn man kann, wenn man kann heute, den schwarzen Stein zu berühren oder zu küssen oder zumindest zu berühren, tat man das früher ohne Küssen, aber mit Berühren bei den anderen Ecken. Da gibt es auch besondere Doars dafür. Aber diese Sunna hat sich mittlerweile aufgelöst, wahrscheinlich, weil man schon beim schwarzen Stein nicht mehr weiterkommt, beim Hatsch nicht. Aber ursprünglich lautet die Sunna so, jeder Stein hat sein eigenes Doar und in der Überlieferung wird es deutlich gesagt, vier Steine aus den Ecken der Welt, wenn Sie so wollen, brachte Jibril, damit sie in die Kaaba eingebaut würden, zum Zeichen, die Kaaba ist ein Symbol der Welt insgesamt. Darum wurden nicht nur die Ortssteine, sondern vier Steine verwendet. Ein Stein zur Verbindung, weil es die himmlische Achse ist, der Stein aus dem Paradies und drei Steine von der Erde. Das war der Hintergrund. Das hat einen sehr starken kosmologischen Charakter. Es gibt eine Studie, ein Ingenieur, die sich in diese Eier befasst, befinden wir auch mit der Kritik, also wir haben nicht das Wahrheit, wir haben auch und was darum herum liegt. Genau. Und manche Orientalisten haben dann die Kritik ausgedrückt, dass Islam keine globale Religion ist, wenn sich einfach um die Welt etwas umgeht. Und da hat es sich mit dieser Sache beschäftigt und hat festgestellt, dass der Kaba ist tatsächlich die Achse der Erde und wirklich der Mitte der Erde ist nicht Greenwich, sondern Greenwich, wenn wir so wollen, ist ja so eine Verwaltungseinheit, nichts anderes. Wenn man jetzt geologisch sieht, ich meine, ich habe davon schon mal gehört, das war eine geologische Untersuchung, das kann man natürlich so sehen, aber gut, das ist vielleicht eine Bestätigung mehr, aber letztendlich ist das für mich nicht so entscheidend. Für mich ist entscheidend, dass der Schöpfer durch Ismail und Ibrahim diesen Ort ausgewählt hat, dass dieser Ort eine Besonderheit hat und das reicht ja dann eigentlich. Okay, bis dahin, ich schaue mal, wie wir mit der Zeit sind, nicht, dass wir jetzt die Zeit überschreiten. Wir sind jetzt eigentlich soweit, ich würde so vorschlagen, wir lassen die Mittagszeit ein bisschen länger, wir machen die Mittagszeit, wir sind jetzt auch schon ein bisschen drüber, bis, sagen wir, Viertel nach zwei, also bis 14.15, sagen wir 14.20. Also bis 14.20. Ich will verändern dass wir jetzt dass wir jetzt ein bisschen mehr,